Oh yeah! So, 3, 2, 1. Äh, let's go. Hey! Was geht? Hallo und herzlich willkommen. Neue Woche, neue Folge Hardcast. So, das geht. Bei dir ist ja, äh, ich muss, Entschuldigung, aber ich hab mal erst Shatter, Sheriff, ich grüße dich, Moinsen. Das muss man begrüßen. Also denjenigen muss man, wenn man erst Shatter ist, da muss man gleich aktiv drauf. Verstehe. Ja. Ist das, ist das so, da gibt's noch gar keine empirischen Daten, ob erst Shatter angesprochen werden wollen oder nicht, ne? Ne, das stimmt. Lörger wollen ja nicht angesprochen werden. Aber ich hab mir jetzt gedacht, wenn derjenige das schon mit Keck wickel, äh, Keck wickelte, da geh ich mal natürlich von aus, dass das okay ist, nicht? Das ist genau so ein Ding, wenn jemand in den Chat schreibt, dann sagt er ja hallo, ne? Na klar, na klar. Dein Bad wird aber auch immer länger, ne? Ja. Ah ja, ne? Ja. Gut, gut, gut. Ich, 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 ich wollte gerade sagen, Chatterino kann das noch nicht mit den, mit den Erstchattern und so. Das ist schon wieder noch zu neu, ne? Äh, ne, das kann Chatterino noch nicht, ne. Ich hab heute echt den ganzen Tag nur Katze auf meinem Tisch. Das ist der absolute Wahnsinn, ey. Ja. Ich hab eine Katze liegt die ganze Zeit hier und auf mir drauf und die andere auf dem Tisch die ganze Zeit. Das ist richtig krass. Das ist, glaube ich, kalt mittlerweile. Obwohl, Heizung ist schon an. Fußbodenheizung ist an. Du kannst dich auf den Boden schmeißen. Ah. Ja, aber die, äh, die, äh, die, äh, die menschliche Heizung ist ja angenehmer, ne? Ja, wie es halt immer so ist, ne? Ja, klar. Wie ist die ergangen letzte Woche? Oh, wie zieht die? Äh, bei mir ist eigentlich letzte Woche nicht so wirklich viel passiert. Ich hab, ich hab heute nochmal so einen, so einen, so einen anderen USB, äh, Cam Link Ersatz Austauschteil mal kurz ausprobiert, mal ein paar Minuten, aber da, da braucht man nicht großartig drüber reden, außer wir wissen alle, dass es solche, solche Produkte gibt und dass es, dass es mehr gibt und dass, dass die funktionieren und manche nicht so gut, manche gut. Ja, ich hab auch, äh, also, äh, ich weiß gar nicht, wo ich, äh, okay, hau raus. Ja, ich hab, ich, nichts, was hast, was ist bei dir denn los? Äh, also, pass auf. Ich hab dir ja von meinem Bildschirm erzählt, ja? Kannst du dich noch erinnern, dass der immer geflackert hat und ausgegangen ist und ich dachte, der Bildschirm ist kaputt? Mhm. Jetzt hab ich mir letzte Woche, äh, einen neuen Bildschirm bestellt, weil ich hab ja, also, da drüben hab ich ja die 32 Zoll Iyama Curve, 144 Hertz, 1440p, HDR, Freezing, den ganzen kleinen Randatsch. Und dann hab ich gesehen, dass der, äh, immer noch so günstig ist, da hab ich mir gedacht, naja, komm, jetzt machst du das, hast du ja lange genug rausgezogen. Kam er heute an, hab ich aufgebaut, ich so festgestellt, boah, geiles Bild, sieht alles viel schöner aus als vorher, kannst du, kannst du mit, äh, leben. Habe eben gerade, äh, Guardians of the Galaxy, sag mal, hab nochmal ein Stündchen gespielt, selbe Problem wieder aufgetreten. So, jetzt, äh, weiß ich leider immer noch nicht, was es ist, ich werde heute mal mein Windows komplett updaten und schauen, was da Phase ist und dann nochmal mein, äh, Grafikkartentreiber auch nochmal, äh, äh, quasi fertig machen, sodass der, ähm, In diesem Sinne sag ich jetzt, ich bin weg. Ja, sodass der, äh, auch aktuell ist und dann hoffe ich mal, dass das funktioniert. Ja. Verspitze. Ich würde lachen. Die Hunde ist gerade ein bisschen zugefroren, ne? Warum? Du möchtest deine, dein, dein Windows aktualisieren? Ja, muss ich, also ich muss halt gucken, ob es damit weggeht, so. Vielleicht gönne ich mir heute Abend auch einfach den gleich scheiß Windows 11 oder so, mal gucken. Ach so, ja, okay. Wenn ich, wenn ich schon so drinnen bin, ey, also, äh, bei mir hat jetzt jemand mit einem AMD-System, äh, sein, sein Ding schon aktualisiert und, äh, vielleicht geh ich da auch gleich mal auf Windows 11. All in, meinst du? Gleich all in, so. Drauf geschissen, Windows, äh, Windows 10, volle Esser updaten und dann, äh, Windows 11 hinterher. Ähm, ähm, äh, wir haben ja beim letzten Mal auch schon angesprochen, vielleicht einfach nur ein Erdungsproblem oder vielleicht, ähm, vielleicht einfach statische Aufladung oder sowas. Hab Kabel extra heute schon so verlegt, dass alles irgendwie weg ist und einzeln und, äh, hab mir extra vier Mühe gegeben. Und das Problem ist auch mit einer anderen Grafikkarte auch aufgetreten, also, dass man dachte, okay. Nee. Ja? Das kann ich, das hab ich noch nicht ausprobiert, ne, weil ich hab auch nicht zehn Grafikkarten leider zu Hause. Also, ich hab alle meine Grafikkarten, die ich hatte, hab ich weggegeben. Aber da das, äh, so im Laufe der Zeit passiert ist dieses Jahr, schätze ich, dass es irgendein Update ist oder so. Ich werd dann auch, also, heute mach ich die Updates, wenn das dann nochmal passiert, tausche ich das Kabel aus und wenn das dann nochmal passiert, nimm ich einen anderen Port. Ich weiß gar nicht, ob ich an der Grafikkarte noch einen Port frei hab, weil meine sind ja alle voll. Ich wollt grad sagen, du bist ja eher so der, oh, wie viele Ports haben wir denn, Typ, ne? Äh, das könnten mehr sein, quasi. Ja. Aber das ist ja noch nicht alles, was passiert ist, Alex. Ähm. Okay, bitte. Ha! Ich, also, ich hab am Montag, äh, war ich mal ein bisschen fleißig und hab so zukünftige Projekte fertig gemacht, hab nochmal ein paar neue Bilder gemacht, äh, für Hitman, für Weihnachten und so. Und dann, äh... Und dann hat man auf Twitter gesehen, sehr schön. Ich fand das auch sehr schön, muss ich sagen. Also, ich war wirklich selber sehr begeistert davon. Hast du jetzt, du hast den blauen Anzug? In schwarz einfach gemacht, ja. Und den hast du eingefärbt sozusagen, ne? Photoshop, ja. Weil ich hab, ich erinnere mich so irgendwie, ich erinnere mich so, dass du irgendwie was gesagt hast mit, ich hab nur einen blauen Anzug und einen schwarzen hol ich mir jetzt noch nicht, blablabla. Ja, genau, den muss ich mir dann im Dezember, äh, muss ich mir dann einen schwarzen holen, wenn's dann soweit ist. Weil Anzug ist schön. Ich mag Anzug. Hitmachten, ja? Ja, also, naja, wir haben dann, also, ich hab da ein paar Fotos gemacht und dann, äh, hab ich mich, äh, an meinen Hackintosh gesetzt. Und, äh, ich dachte so, ja, machst du fix mal Bild fertig, machst du mal hier, da, tralala. Ja, und, äh, dann startete ich, äh, mein Lightroom, es funktionierte alles, ging in Photoshop rein, hab da auch so alles gemacht, bis ich an den Punkt kam, wo ich eine Schriftart auswählen wollte. Ich wollte auf das Dropdown-Menü klicken und das ganze Photoshop crasht. Ging einfach zu. Datei war da aber auch nicht gespeichert. Ich mir gedacht, na gut, vielleicht Hackintosh, gibt's Probleme, dies, das, Ananas. Mach's da einfach mal, noch mal auf. Genau dasselbe passiert. Ich habe drei Stunden das Internet durchgesucht, was denn der Fehler sein könnte. Und musste feststellen, dass ich diesen Fehler nicht beheben kann. Das heißt also, ich war nach drei Stunden so wütend, dass ich das Hackintosh, äh, den Hackintosh ausgemacht hab, in Windows reingegangen bin und habe in Windows Photoshop installiert. Und werde mir jetzt ein neues Mac-Gerät mit einem M1 kaufen. Weil das einfach, das Ding ist, jedes Mal, wenn du irgendwas da gerade machen möchtest, äh, jedes Mal, wenn du was machen willst, ist es irgendeine neue Scheiße. Und ich habe so viel gelernt über den Mac, wie man Schriften quasi durchgucken kann, äh, ob die beschädigt sind. Ich habe Command-Zeilen eingegeben. Ähm, äh, ich habe so viel Scheiß ausprobiert. Und irgendwann habe ich mir gesagt, Alter, nee, ich habe einfach keine Lust mehr da drauf. Mhm. Und dann, äh... Nachvollziehbar, nachvollziehbar. Dann habe ich die NVMe-PCI-Karte ausgebaut. Nee, stimmt gar nicht. Ich habe dann noch gesagt, ach, komm, Kacke, letzte Instanz. Wir machen einfach das neueste Update drauf von, äh, von, 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 von Mac OS. Das bootete nicht, das hat nicht installiert. Habe ich gesagt, Scheiße, PCI-Karte raus jetzt, Feierabend, leck mich am Arsch. Und dann hole ich mir jetzt, äh, werde ich mir jetzt, äh, einen Regime-Mac dann holen. Mhm. War ich so... Reden wir jetzt über ein Notebook zum Aufklappen oder reden wir über... Nee, da, pass auf, Alex, da, jetzt kommt der innere Schwabe und unsere Gespräche kicken halt wieder rein. Entschuldigung. Nee, 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 alles gut, das ist auch sehr schön, das hat mir sehr geholfen, das letzte, äh, das letzte halbe Jahr, seitdem wir darüber sprechen. Ich habe halt erst gesessen und habe mir gedacht, ach, Scheiße, holst du dir gleich ein MacBook Pro? Also, ich habe ja jetzt schon ein MacBook Pro, aber meins ist ja, äh, schon ein bisschen betagter, ist seit 2017. Äh, und dann habe ich überlegt, ja, Scheiße, was machst du denn jetzt? Holst du dir jetzt ein Mac Mini, weil die sind schon ziemlich potent eigentlich mit der neuen M1-Technologie, oder gehst du gleich für ein MacBook Pro? Da habe ich mir gesagt, guck, MacBook Pro, das kleinste, 2, 3. Da habe ich mir gesagt, gut, ist eine ganz schöne, stabile Nummer, aber kannst ja mal gucken, ob du dein altes MacBook vielleicht eintauschen kannst. Oder ob du das irgendwo, äh, wegrisst. Und dann habe ich mit Chat so ein bisschen gesprochen und dann haben wir hier geguckt und da geguckt. Und kein Schwanz auf diesem, auf dieser Welt möchte im Apple-Universum diesen, dieses MacBook kaufen. Dieses MacBook ist unverkaufbar und uneintauschbar. Und ich frage mich, weiß ich nicht. Weil, weil das genau so eine Serie ist, auf die keiner Bock hat? Du, ich habe keine Ahnung, Alex, aber niemand auf diesem verfickten Planeten will dieses MacBook kaufen. Keiner. Also, weder Apple möchte das eintauschen, noch auf irgendwelchen, äh, äh, selbst auf Rebuy, äh, auch nicht mehr. Nirgendwo kriegst du dieses MacBook los. Mhm. Ja. Und ja, gut, selber eBay geht natürlich immer, aber hast du keinen Bock drauf. Nee, bei eBay ist, äh, eBay stehe ich gar nicht so drauf, ehrlich gesagt. Weil, also ich habe bis jetzt nicht so wirklich gute Erfahrungen mit eBay gemacht. Cool. Und außerdem möchte ich selber, äh, nicht meinen persönlichen Stuff ins Internet ballern. Ja, jetzt sitze ich also hier mit einem 2017er MacBook Pro und bin ganz schön am Arsch. Weil, kann damit nichts machen, obwohl ich es gerne verkaufen wollen würde, damit ich mir ein neues holen kann. Aber dadurch, dass die neue M1 gekommen ist, wird die Scheiße auch nicht mehr los. Ja, gut, du wirst es nicht schon los, aber halt mit, 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 mit ordentlich, also mit, mit ordentlich Verlust, in Anführungszeichen, ja. Klar. Ja. Jetzt, äh, weiß ich nicht, also jetzt stehe ich gerade so vor der Entscheidung und da kommt der innere Schwabe so in mir raus, äh, weil ich weiß, dass Refunex hat sich ein M1 Mini gekauft, also ein kleiner und hat schon gesagt, dass der relativ potent ist. Und so die ganzen, äh, Berichterstattungen sagen auch, dass der relativ potent ist und dass da genug kommt. Aber das Ding ist ja, kannst du ja wieder nicht für unterwegs mitnehmen, ne. Dann habe ich überlegt, ob du dir vielleicht ein MacBook Air mitnimmst, aber das sind wieder nur 13 Zoll. Das ist auch so, ja, weiß ich nicht und, naja. Naja, die Frage ist halt, wofür du, also wo deine Anwendung halt liegt, ne. Wenn du, wenn du viel unterwegs wärst, wäre das ein No-Brainer. Ja. Wenn du wenig unterwegs bist, wird ein Mini wahrscheinlich reichen. Und jetzt meine Frage, wie ist das bei Apple allgemein? Kannst du, kannst du sowas wie so ein Mini bestellen, kaufen, ausprobieren und nach einer Woche sagen, nee, ist nicht meins, zurückschicken, keine Probleme? Kannst du machen, ja. Oder ist, ja, dann wäre das ja eine Option erstmal, ne. Weil ich glaube, wenn ich das so rausgehöre, was du so machst, ich bin jetzt ja nicht in dem Apple-Universum so drin, aber das, was ich von Anwendern mitbekommen habe, die so ein Mini benutzen, die sind durch die Bank weg sehr begeistert davon, ne. Wie potent das ist, wie leise das ist, wie wenig Strom das Ding frisst. Ich kenne jemanden, der das als mobilen Stream-PC sozusagen in seinem Auto benutzt hat und auch weiterhin noch benutzt, um da mehrere Geräte anzuschließen, ne. Das ist halt kein, das ist kein IRL-Backpack, aber das ist halt auch weit weg von, ich habe eine GoPro und ein Stream damit von unterwegs wie mit dem Handy, ne. Also schon, schon sehr cool. Ja, aber das, also das, das Air, also das Kleine, das würde halt 1,6 kosten im Gegensatz zu 1,1 für den Mac Mini. Ja, und dann, also für mich ist ja die Anwendung, also ich habe ja mein MacBook damals gehabt oder habe es auch immer noch, dass ich meine Bilder halt schon unterwegs bearbeiten kann. Also wenn ich jetzt, weiß nicht, wenn wir irgendwo fotografieren sind oder IRL tun und so, dafür ist der ja gedacht. So, aber der, also ich habe auch schon mal überlegt, ob es eventuell mal sinnvoll wäre, den einfach nackig zu machen. Also komplett mal macOS einfach mal runter und dann neu und dann hast du halt den, hast du dann nur mit dem Basic-Shit, den du halt brauchst, so ohne großes Rumgedüdel da und dann den Mac Mini hast du dann für zauber. Ja, auch eine Option halt, ne. Ja. Eine Option, ja. Ich bin da, ich bin da sicherlich keine große Hilfe, weil... Nee, ich weiß. Ich verstehe da von der Apple-Thematik sehr wenig bis gar nichts, aber das, was bei mir ankommt im Sinne von die neuen Prozessoren, die M1, die M1 Max etc. und so weiter, das macht schon einen ordentlichen Eindruck, gar keine Frage. Mich würden in jedem Fall diese hohen Kosten halt abschrecken, aber wenn du alle paar Jahre mal ein Upgrade machst zu einer Sache, die du auch wirklich nutzt und nicht einfach nur, weil du es haben willst, dann sehe ich da kein Problem, ne? Ja, für mich ist es ja nicht zum Haben oder zum, also, das ist schon, ja, so Haben-Wollen ist es für mich nicht, das ist halt mein Office-Shit, der da drauf ist, ne? Mein Office-Zeug ist da drauf, also ich mache ja meine ganze Buchhaltung und E-Mails und so, läuft ja alles nur in diesem Kosmos, das habe ich ja nicht auf den anderen Rechnern drauf. Ja. Ja, da bin ich jetzt gerade so am Hin- und Her-Überlegen, weil mich das, mich hat das, am Montag hat mich das so angesickt, ne? Jedes Mal, wenn du in einen fucking Photoshop rein willst, ist irgendetwas. Und dieses Mal, ohne Scheiß, habe ich drei Stunden da dran gesessen, habe ich gesagt, Alter, jetzt feiere ich, kein Bock mehr auf die Scheiße. Legg mir auf. Legg mir auf. Du glaubst mich dann aber fast schon, dass du noch nichts Neues bestellt hast, ehrlich gesagt. Ja, der innere Schwabe, ich wollte erstmal aussitzen und kurz mit dir darüber reden und argumentativ darbringen, was ich von den beiden Sachen möchte, weil am Ende, du, am Ende des Tages ist es bei mir so, ich würde mir am liebsten eigentlich ein Pro holen. Also so ein richtig groß, also so wieder 14 Zoll oder 16 Zoll, was ich jetzt habe, aber ich bin auch echt nicht gewillt, zweieinhalb Scheine dafür hinzulegen. Zweieinhalb in der Basis-Konfiguration, ne? Zweieinhalb in der Basis, die für mich aber reicht, also da sind 16 GB Arbeitsspeicher drin. Das ist so das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen mache, dass 16 GB Arbeitsspeicher eventuell ein bisschen dünn sein könnten. Naja, aber ist das nicht auch ein Vorteil von eben diesen hohen Speicheranbindungen, die hohe Datentransferrate, die du dann halt hast, dass du heutzutage auch mit einem System, das weniger Speicher hat, deutlich besser arbeiten kannst als noch vor zwei, drei, fünf, sechs Jahren? Das sind ja so diese kleinen Schnipsel, die man dann aus den ganzen verschiedenen Videos aufgreift, egal ob Linus Tech Tips oder irgendwelche Mac-Anwender, die dann halt zeigen, guck mal hier, wir haben das und das gemacht, hier Spiele und Zeug zum Beispiel, auch so ein absoluter Apple-Jünger, der genau solche Sachen halt bestätigt, von wegen, naja, früher hättest du dir Gedanken gemacht, heutzutage gar kein Problem, das Handling ist super, Anbindung ist super, Geschwindigkeit ist super, ist genau das, was du halt haben möchtest. Und dann stellt sich halt die Frage, du bist ja in dem Fall der, so ein professioneller Anwender, aber du bist kein, ich sitze den ganzen Tag davor und arbeite da mit professioneller Anwender. So, das heißt also eher so semi, semi-professioneller. Und dann reicht doch die kleinere Version in der Regel immer aus. Und selbst wenn nicht, kannst du es ja upgraden, austauschen, umtauschen. Naja, das wird wahrscheinlich auch so darauf hinauslaufen dann. Aber ich habe jetzt, also auch im Gegenzug dazu, habe ich jetzt einen Monitor übrig, das ist auch cool, weil ich habe ja mein Foto zum Foto bearbeiten, Monitor habe ich ja da oben hingehängt, also der hat ja wegen Farbkalibrierung und so, den kann ich dann jetzt tauschen, weil der andere ist doch nicht kaputt. Ja, aber solche Fehler sind ätzend. Ich hatte in meinem alten Büro, also in Aschenberg, bevor ich umgezogen bin, jedes Mal, wenn ich von so einem Stuhl aufgestanden bin, jedes Mal sind einfach Monitore alle ausgegangen und dann wieder an. Ey, das hatte ich, in Berlin hatte ich das auch wegen elektrischer Aufladung und ich habe keine Ahnung, wo die herkamen. Ja, das war bei mir auch statische Aufladung mit dem Fußboden, das ist primär auch im Winter, wenn so trockene Luft war und so weiter, aufgetreten. Und ich habe das auch nie richtig wegbekommen, aber das ist halt auch nie permanent da gewesen. Und ich habe am Anfang gedacht, so, ja gut, es kann mal passieren, dass irgendwie, keine Ahnung, ein kleiner Wacklicker oder sowas. Ja, ja, ich sprühe jetzt hier nicht alles noch mit irgendeiner Scheiße wieder an. Nee, nee, ich habe meinen Stuhl damit eingesprüht und dann ging das immer für ein paar Tage. Ey, ich habe unschein, ich bin auch wahnsinnig geworden mit dem Kacke. Und dann habe ich dem Chat immer gesagt, ey, ihr könnt nicht, ich weiß gar nicht, was hier los ist, ich bin gerade aufgestanden und die Monitore sind aus. Ja, ja, die Monitore sind aus. Und dann habe ich die Cam drauf gehalten, ich stehe auf, Monitore aus, Monitore irgendwie wieder an und der Chat so, ja, was ist das denn? Ja, aber das war dann auch sofort der Call, so, hier, ist irgendein statisches Problem. Ich habe so hart an der Tür ein Gewisch gekriegt zwischendurch, das war einfach richtig krass. Ich hatte genau dasselbe und ich habe keine Ahnung, wo das hergekommen ist. Also bei mir, ich kann dir genau sagen, wo es herkam, ich habe halt einen kompletten Plastikfußboden gehabt, ne, mit solchen Teppichfliesen. Und wenn du da dann ein bisschen drauf rumrutscht oder sowas, natürlich lädst du dich dann auf, ne. Die Frage ist, wie man sich dann entlädt, aber Jace2Cent hatte vor ein paar Monaten mal ein sehr, sehr, also ein interessantes Video genau zu dem Thema gemacht. Bei Linus Teckbus war dieser Typ, der sich immer einen, so einen Schlag gibt, so einen Wisch gibt sozusagen. Also im Großen und Ganzen, das sind Probleme, die auftreten können, die nicht auftreten müssen, die man bis zu einem gewissen Grad noch irgendwie beeinflussen kann. Aber wenn es jetzt bei mir auftreten würde, dann würde ich mich damit auseinandersetzen, vorher auch nicht, ne. Ja, also ich habe nie raus, also hier seitdem ist es nicht mehr, aber ich habe es nie rausgefunden. Meine Ahnung. Du hast jetzt unter deinem Stuhl aber noch einen Teppich, ne? Ne, ich habe keinen. Ich hatte da, in Berlin hatte ich auch keinen Teppich. Du, ich weiß es nicht. Irgendwann war es dann weg und dann war es wieder da und dann war es wieder weg und dann war es wieder übel schlimm und dann wieder gar nicht. Und ich, I don't know. Monitore ausgegangen, Tisch angefasst. Ich bin nachher schon so weit gegangen, ich habe dann immer so ganz, ganz vorsichtig das Tischbein angefasst, damit das dann weggeht, so vorm Aufstehen. Alter, und der Stuhl hat geknistert. Das kannst du dir nicht vorstellen. Beim Aufstehen. Das kann sich direkt. Bei dir auch? Bei mir gar nicht, bei mir gar nicht. Ich habe jetzt, ich habe mir extra noch so ein Teppichstück hier geholt, so ein Unterleger, auf dem ich hier mit meinem Stuhl und so weiter. Ich habe das Problem zum Glück hier gar nicht, null. Und ich habe auch nicht so Bock, so ein elektrostatisches Band dann zu meiner Heizung zu legen oder irgendwo anders hin zu. Das wäre vielleicht ein bisschen too much. Ach krass, bei mir schreibt gerade, mein Nachbar hatte auch so ein Problem, da war es die LED-Deckenleuchte im Treppenhaus. Was? Okay, krass. Hä? Ja, mein Nachbar hat das auch, der fährt nämlich ein Elektrofahrzeug. Was hat denn, also wie kommt denn da, also jetzt möchte ich eine Erklärung haben, wie kommt, also wie kommt das denn, dass der, dass der im Treppenhaus eine LED-Deckenleuchte hat und die hat dich statisch aufgeladen? What? Keine Ahnung. Vielleicht war denn irgendwas komisch im Stromkreis oder so? Hm. I don't know. Also ich gestehe, dass ich in dem Bereich auch wenig Wissen vorzuweisen habe und da gerne mehr zu lernen möchte. Ah, der Bildschirm flackerte da durch, hat er gesagt. Hm. Und bei jemand anderem, er hat dasselbe Problem, bei ihm kommt das aber darauf an, welche Schuhe er trägt. Die mit den richtigen Plastiksohlen, die sind ganz schlimm. Und sobald du so in Richtung Kork gehst, kein Problem, ja? Ja, so ungefähr. Hä, richtig crazy. Warte, ich ziehe ihm meine Birkenstock-Gaming-Schuhe an. Ja. Ich kann Birkenstock leider nicht tragen, das ist doof. Da kriege ich immer Käseflüge drin. Hm. Ich bin nicht so Freund von so offenen Schuhen. Irgendwie, also dann habe ich immer so kalte Zehen und Füße, das geht bei mir gar nicht. Das muss immer, das muss kuscheln. Deshalb habe ich ja meistens heute diese fetten Socken an, ne? Heute nicht, aber sonst. Ey, ich habe Barfuß. Seitdem ich Fußbodenheizung habe, nur war Barfuß. Fast keine, ne. Selbst wenn ich Fußbodenheizung hätte, hatte ich schon mal in einer alten Wohnung. Ohne Socken geht bei mir nicht. Da bin ich irgendwie komisch. Ich trage super, super, super selten Socken. Das ist wirklich selten. Ja. Ja, also Hardware-technisch war aufregend die Woche. Aber der neue Monitor ist trotzdem schön. Er macht ein sehr, sehr schönes Bild. Er ist Boomer-konform groß. Also kann ich echt nur empfehlen für das Geld. Also ich bin wirklich, und ich kann es immer wieder nur sagen, das ist jetzt der vierte davon. Ich bin für den Preis, bin ich echt begeistert. Was kostet er? 370. 32 Zoll Yama, hattest du gesagt. Genau, 32 Zoll Yama, 1440p, Freezing mit drin, HDR mit drin. Ich bin wirklich begeistert. Hört sich nach einem guten Deal an. Ja. Ja, also ich meine, bei 32 Zoll könnte schon 4K sein, aber reicht halt auch aus, wenn die weit genug wegstehen, keine Frage. Ja, könnte 4K sein, aber wie gesagt, ich finde das so schon, mit 1440p ist das schon okay. Also ich habe ja, da drüben ist irgendwie, ist das Bild durch das Fahren halt ein bisschen anders, weil ich sehe ja nur Windows und das Renngame und das Renngame läuft ja nicht auf voller Esse, weil schafft der Grafikkarte nicht. Ich habe eben Guardians of the Galaxy, eine volle Radieschen gemacht, ich denke mir so, was ist das denn für ein Game, Alter, hast du ja noch nie gesehen. Hier ist ja alles ratten scharf jetzt. Junge, Junge, Junge. Aber weißt du, was witzig ist? Seitdem ich den neuen Bildschirm dran habe, habe ich in Guardians of the Galaxies mehr FPS. I don't know. Ohne Scheiß, kein witzig, Jim. Ich habe vorhin konstant 144 Frames gehabt, hatte ich vorher noch nicht. Ey, I don't know, frag mich nicht, ich weiß es nicht. Ich habe mich auch gewundert, ich mache das Spiel an, gehe so rin, gucke so nach oben, ich denke mir so, hä, vorher waren es immer so 120, 110, manchmal so Dips auf 80. Und eben konstant einfach 144 durch, aber I don't know, frag mich nicht. Krass, krass. Vielleicht ein doofer Zufall, weil er gerade das Game nochmal ein Update gekriegt hat, irgendwie. Genau, kann sein. Ja, kann sein, weiß ich nicht. Also Grafikkartentreiber habe ich auch nicht aktualisiert oder so. Vielleicht der magische Finger, der die Grafikkarte einmal berührt hat beim Anschließen so. Nee, nee, an der Grafikkarte war ich ja gar nicht dran. Der User mag mich noch, ich darf noch weiter hierbleiben. Ich werde nicht rausgetauscht. Ja. Ja, war eine aufregende Hardware-Woche auf jeden Fall, ja. War schön, ja. Ja, nee, Hardware-Technisch habe ich hier wirklich nichts großartig gemacht, erlebt oder geschafft so weiter. Ich hatte heute so einen kleinen Schock, dass ich das erste Mal bei dem Wavelink-Audio-Interface das Windows beim Hochfahren nicht gefunden hat. Oh. Mein Stream-PC mag USB-Geräte nicht ganz so gerne, aber das war anscheinend nur ein, Windows hat ein Update gemacht und hat alle USB-Geräte initialisiert und ich habe es dann einmal wieder ab und wieder dran und dann war es sofort dran. Das will man nicht haben, das will ich auch nicht haben, aber ja, wenn das jetzt das einzige Problem damit ist, dann bin ich damit cool. Ja, ansonsten, ja, ich habe noch viel zu tun. Ich habe noch einiges zu tun. Ich habe jetzt ein bisschen mehr so mit Handys und so mit Krimskrams rumgespielt die letzten paar Tage. Oh, schön. Ja, aber noch nicht zum Vorzeigen oder so, das ist noch nicht wirklich spruchreif, was das angeht. Ja, und was den PC angeht, also allgemein die beiden PCs, ich hatte jetzt zweimal das Phänomen, einmal auch im Stream, dass durch wahrscheinlich Escape from Tarkov, dass das blöd abgestürzt ist und dann hat es einmal meinen Computer mitgerissen. Und dann hat man wieder so dieses Phänomen, so siehst du, dafür brauche ich einen Stream-PC und so diese Legitimierung dafür. Aber ansonsten läuft einfach, macht, was es soll. Ich installiere ja Updates meistens relativ zeitnah. Der Schuss aus der Unterwelt. Nein, das ist alles gut, das ist alles gut. Ich verstehe ja, wie du das mit deiner Hardware-Firewall machst oder mit deiner Lösung. Aber, ähm, ähm, ja. Ne, soweit eigentlich keine Probleme. Gut, dass wir drüber reden. Ich hatte witzigerweise halt mein, äh, Philips Hue, meine Bridges geupdatet. Also, die, ja, die Bridge hat sich geupdatet und auf einmal ging, äh, eine Leiste, eine, eine Leiste nicht mehr hier hinten. Also, warte, die, die da hinten, da ist noch eine. Die ging nicht mehr. Die ging nicht mehr an, die ging nicht mehr aus, die konnten mit Apple nicht steuern, gar nichts. Und dann hat, äh, durch das Update haben die, äh, Philips Hue Fast Sync angemacht. Ich glaube, so heißt das, äh, die Fast Sync angemacht und durch das Fast Sync wurde diese, äh, diese LED-Leiste aus meiner Dings rausgeschmissen. Also, die war dann einfach nicht mehr existent. Dann habe ich dieses Fast Sync ausgemacht, dann war die wieder da. Dann bin ich in meine Steuerung gegangen heute Morgen, weil mich das, irgendwann hat mich das so sehr getriggert, dass das nicht mehr ging. Und dann bin ich da reingegangen und dann gab es da auch ein Update von diesem Programm. Nein, 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 nein. Nee, nee, warte, das Update hat dann Fast Sync wieder angemacht und dann ging es wieder nicht. Dann musste ich zu, äh, dann musste ich zurück zu, äh, in die App, das wieder ausmachen. Dann musste ich das da wieder ausmachen und seitdem geht die Leiste wieder. Es war sehr weird. Schon bekloppt, ne? Ja, aber alle anderen gingen, nur die eine nicht. Was macht Fast Sync bei den Philips Hue Dingen genau? Lampen schneller ansteuern. Mhm. Also, das für den Laien, die steuern Lampen schneller an. Ja. Sehr doof. Das sind so Fehler, auf die man bei so einem Update keinen Bock mehr hat, ne? Vorher läuft alles, machst ein Update, irgendwas fliegt raus, geht nicht mehr. Toll, woran liegt's? Super. Ja, aber es, also jetzt geht's. Ich hab das, äh, auch nur durch Zufall rausgefunden, weil ich heute, weil mich das, irgendwann, heute hat mich das so genervt, weil ich mir schon gedacht hab, ach, scheiße, irgendein Update rauskommt, vielleicht kommt da ein neues. Äh, und das hat mich so genervt, dann bin ich in die Hue App gegangen und guck so, hä, warum ist alles an, aber das nicht? Und, okay, dann hab ich das eine ausgemacht und dann, oh, jetzt geht's, okay, da und hier und zwar auch mehr nur Zufall, um das, äh, ja, zu fixen. Naja, wie es halt dann immer ist, ne? Machst du nix, guckst du nicht rein, steckst du nicht drin. Nee, absolut nicht und, äh, es ist schön, dass es jetzt, äh, weg ist. Ich freu mich, ehrlich gesagt, ich glaube, ich werde heute Abend wirklich Windows 11 installieren. Ja, im GmbC, ja. Ja. Dann kann ich also schon mal, mich morgen auf deinen Tweet freuen. Windows 11, so eine Scheiße! Ich mach da, ich glaub, ich mach heute, ich mach das, glaub ich, nachher. Weil mir wurde gesagt, das dauert nicht so lange, das geht wohl relativ zügig. Na klar, Windows-Installation halt, ne? Und man muss nicht großartig was neu einstellen, ich glaub, ich gönne mir das dann mal. Weil auf dem Gaming-PC ist eh echt gar nix drauf. Da sind ja nur Spiele und das war's. Ich glaub, auf meiner zweiten Kiste hier nebenan, da, äh, kommt das als erstes mal so als kleiner Test, äh, Installation kommt's da mal drauf, aber ich, ich, ich seh jetzt keinen Vorteil. Also, ich, ich hab keine Nachteile gerade, ich hab keine Sachen, die, die ich brauch, haben wir ja letztens erst drüber geredet. Also, ich werd auf jeden Fall noch ein paar Wochen, ein paar Monate warten. Ach, scheiße. Ich bin grad in Update-Laune. Ich, ich mach das denn mal mit. Damit wir nächste Woche sagen können, ja komm, wir haben's ja mal ausprobiert und, äh, feuerfrei mal, ja, ne? Hardcast, nächste Woche, warum das neue Windows kacke ist. Warum ist Windows 11 scheiße? Äh, und. Ja, ich, äh, ich werde berichten. Ich hab gelesen, dass, äh, das Microsoft, Entschuldigung, dass Microsoft da so ein bisschen wieder zurückgerudert ist, ein paar Funktionen, die sie ausgeschaltet haben, über die Taskleiste, sind jetzt, kommen jetzt wieder rein mit dem nächsten Update und so weiter. Also, das ist so dieses Vorwärts-Rückwärts-Rudern, äh, ob, ob man die meisten User an neue Funktionen gewöhnen kann oder doch nicht und, äh, ich brauch sowas nicht. Aktuell will ich das noch nicht haben. Im Grunde genommen, im Grunde genommen ist Windows 11 eigentlich auch nur Windows 10 mit einer Rohrfläche, also. Ja, ja. Aber vielleicht ist es ein bisschen fresher, weißt du? Vielleicht ist es so, oh Gott, es wird bestimmt keine Systemsteuerung mehr geben in Windows 11. Also die gute alte Systemsteuerung. Das, doch, doch, äh, aber das, das finde ich, das finde ich so katastrophal dabei. Je weiter du in diese Systemsteuerungseinstellungen gehst, äh, dann hast du noch diese ganz alten Fenster, weißt du? Ja, die feiere ich, ja. Ja, die finde ich auch gut, aber ich, warum, warum wird sowas nicht alles einmal neu gemacht? So, ich meine, wenn du selbst an so einer Optik schon noch sehen kannst, dass da noch der alte Scheiß drin ist, so. Ich meine, wir müssen nicht drüber reden, da ist wahrscheinlich noch Code von, aus, aus den Anfang 2000 oder noch älter drin. Ja, genau, genau. Schwierig. Also, ich feiere den alten Gerätemanager noch. Ich fühle den. Und ich fühle auch noch die alte Systemsteuerung. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich, weil man, weil man dann noch damit weiß, umzugehen. Ja, genau. Ja, genau, genau. Ja, ja, hm. Ich immer schön, Windows-Taste, Gerätemanager, ah, der gute alte Gerätemanager, da sind wir doch, let's go. Ah, wie weit, wie weit man bei Windows 95 oder auch davor, oder auch bei 98 und 98b und so weiter, wie oft du in diesem Scheiß-Gerätemanager noch irgendwelche Dinger mit einem, mit einem, mit einem Fragezeichen oder mit einem Autofenzeichen hattest. Und dann musst du irgendwelche Scheiß-Treiber rausholen, dann wollte die nicht installieren. Und dann, und irgendwann kam die Scheiße mit den, mit den, du hast, du wolltest unbedingt dann auf ein, auf ein 64-Bit, ähm, System hochgehen. Aber es hat natürlich nicht alles unterstützt und dann, ach, come on, nee, nee, ich bin echt froh, dass diese Zeit vorbei ist. Also, äh, ich, ich hab das auch immer mal noch. Aber frag mich nicht, welche Geräte das sind, die sind ja irgendwann weg. Das scheint da nicht wichtig zu sein. Irgendwann dann Windows so, ach, das waren die, ja, Moment. Oh, das war die Maus, ach so. Äh, ich hatte, ja, du? Auch, nee, erzähl ruhig. Ich hatte, äh, ich weiß gar nicht, was das war. Äh, äh, ich glaube, es war irgendwie mal eine Soundkarte oder so. Ähm, das war ganz weird. Die wollte einfach gar nicht fressen. Ich hab, weil meine, ich, ich glaube ja, ich will das ja gar nicht zugeben, aber ich glaube, ich muss irgendwann meine Soundkarten mal, äh, wechseln. Weil ich hab ja schon, ich hab ja die, äh, Soundblaster Z-Fatality Edition. Und die Leute, die Fatality kennen, den Spieler-Fatality von, früher von Quake und, äh, Painkiller und so, die wissen, wie alt die ungefähr ist. Also wer Fatality noch kennt, weiß, wie alt die sind. Und der letzte Treiber dafür, ja, ist von 2016. Und den Treiber kannst du, pass auf, da gibt... Nein, nein, nein. Den kannst du, also Windows installiert schon mal standardmäßig einen Treiber. Das macht er. Das Problem ist aber dabei, du kannst auf die ganzen Funktionen nicht zugreifen, wie zum Beispiel ein bisschen mehr Bass reinmachen, und du kannst den Mikrofoneingang nicht in den Line-In-Eingang machen. Und das Ding ist ja, ich brauch einen Line-In-Eingang, weil der Mikrofoneingang klingt beschissener als der Line-In-Eingang. Weil ich komm zum Beispiel von, äh, nee. Ich hab ein Kabel, läuft nochmal zurück in den Streaming-PC, damit ich, wenn ich Auto fahre, äh, und ich die Jungs nicht hören will, kann ich die für mich muten, aber der Stream hört sie, weil das über das andere Kabel da reingeht. Und für Watch-Partys und so, dass du das halt voneinander trennen kannst. Mhm. Aber ja, ich, Windows neu gemacht, weil irgendwas war auf dem Rechner, auf dem Streaming-PC, irgendwas ist vorgefallen. Ach so, das war, oh, das war ich, was ich letztens erzählt hab, mit dem BIOS-Update, wo ich mit Refunix, äh, stundenlang hab versucht, äh, habe Hackintosh zu installieren, also, äh, Mac OS, und wir dann irgendwann festgestellt haben, dass das BIOS-Update fehlte, nach acht Stunden rumprobieren, und nach dem BIOS-Update konnte ich dann auch wieder Windows installieren, und Hackintosh, siehst du das an, das war ein ganz wildes Problem. Auf jeden Fall hab ich Windows neu installiert, und dann hat Windows seinen Windows-Sachen gemacht, ne, und dann will ich den Treiber installieren, und dann sagt der Treiber wirklich jedes Mal, es tut uns leid, aber wir können hier drinnen das angeforderte Gerät nicht finden. Okay. Das ist ein typisches Creative-Problem, ne? Okay, ich bin nicht weitergedacht, bootest du mal neu. Machst du mal. Wiedergemacht, ging wieder nicht. Eine Stunde hin und her probiert, hab ich mir irgendwann gesagt, weißt du was, installierst du Windows einfach nochmal neu. Windows neu installieren, und dann hab ich, und jetzt pass auf, dann hab ich durch Zufall gleich am Anfang diesen Treiber installiert. Also wirklich direkt nach dem ersten Boot, nischt weitermachen lassen, direkt installiert. Funktioniert einfach frei. Like a charm. Und danach die Windows-Updates gemacht. Dann hab ich im selben Atemzug irgendwann nochmal meinen Gaming-Rechner neu gemacht, weil ich eine neue Grafikkarte, die neue AMD-Grafikkarte gekriegt hab, und ich wollte dann einfach, ach scheiße, mach's clean install. Genau dasselbe. Wieder, weil so aus Reflex, machst Windows-Updates gleich, dies, das, ananas. Ihr angefordertes Gerät befindet sich leider nicht in diesem PC. Wir können keinen Treiber installieren. Und auch wieder nur gesucht im Internet, neue Treiber, dies, das, ananas, und irgendwann so, oh, warte mal, da war ja noch was. Windows wieder runter, neues Windows drauf, direkt nach der Installation den Treiber, works like a charm, funktioniert. Bagger, die Grafen, die Karten sind so alt, und der Treiber, dass das nicht vernünftig funktioniert. Aber könntest du nicht im beispielsweise abgesicherten Modus die Treiber deinstallieren und dann im gleichen Atemzug die, die du haben willst, installieren? Das muss ja irgendein Konflikt sein. Nope, hat auch nicht funktioniert. Hm, komisch. Hat auch nicht funktioniert. Hab wirklich alles probiert, und ich sag's dir so, wie es ist, Windows neu installieren war immer schneller. Ja, klar. War wirklich immer schneller. Natürlich, natürlich. Ich hatte in meiner letzten Audio-Generation, also auch in verschiedenen PCs, in Stream-PC und so weiter, zwei Soundblaster-Karten, die nannten sich Recon 3D. Genau. Und die sind mir damals noch empfohlen worden von Kravitz. Ja. Auch, dass man quasi einen digitalen Output und Input hatte, also zwei verschiedene Ports. Und das hat auch super funktioniert, jahrelang. Und irgendwann kam Creative dann auf die Idee, hey, wir bringen mal neue Treiber raus, weil unsere sind jetzt mittlerweile schon so vier, fünf Jahre alt. Und in diesem Treiber-Update oder in dieser Software, die man dann hatte, konnte man nicht mehr auf den optischen Eingang beziehungsweise Ausgaben, du konntest nichts mehr steuern, das fehlte einfach, so eine Art Stereo-Mix-Funktion. Die gab's einfach nicht mehr. So, und ich natürlich mega angefressen, weil du willst es halt auch steuern können, du willst auch so Sachen machen können, wie zum Beispiel, hey, also wie du schon sagst, einen Equalizer und sowas benutze ich zwar eh nicht, aber du willst halt die Funktionen halt steuern können. Und dann blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, theoretisch gesehen, entweder mich damit stundenlang zu beschäftigen oder einfach mal neue Soundkarten zu kaufen. So, und die waren jetzt nicht teuer, dann habe ich halt eine nächstgrößere genommen von auch wieder Soundblaster, was vielleicht jetzt nicht der schlauste Move war, bei Überraschung. Nach ein paar Jahren kommt ein neuer Treiber raus und was gibt es wieder nicht richtig? In den Einstellungen kannst du wieder nicht sagen, die Stereo-Mix-Funktion, dass du alles, was du über die Soundkarte ausgibst, soll auch gleichzeitig über den optischen Ausgang auch ausgegeben werden. Diese Funktion fehlt einfach in der neuen Software, obwohl die Hardware das kann. Total dämlich. Und ja, das kann man über Windows-Software machen und so weiter, aber das hat immer ein gewisses Delay und das ist noch ein anderes Thema. Ja, jedenfalls langer Rede, kurzer Sinn, unter den Creative Tools und mit der Creative Software habe ich auch genau dieses Phänomen. Du installierst ein neues Update für die Software und dann sagt dir die Software so von wegen, ja, wir finden leider keine Hardware. Du denkst dir so, was? Meine Hardware wird doch bei euch auf der Webseite aufgelistet für diese Software. Und es ist kein Fehler mit, dass du keine Ahnung, die falsche Bit-Version installiert hast oder sowas. Es geht halt einfach nicht. Super ätzend. Ja, installierst du Windows neu, direkt danach und es funktioniert. Ja, also ich habe die Soundkarten noch, weil es grundsätzlich natürlich auch von der Qualität her für mich ausreichend und vollkommen im grünen Bereich sind, aber für den Stream-PC oder da, wo ich es halt wirklich brauche, nutze ich das gar nicht mehr. Die bleiben jetzt hier sozusagen als Backup. So und die Sound, die Audio-Chain, die ich jetzt gerade benutze oder wie ich das jetzt hier gerade so laufen lasse, brauche ich das so auch gar nicht mehr. Also ist das jetzt gerade auch nicht unbedingt notwendig. Aber ich sage mal so, dass wenn ich mal wieder zurück switche, wäre das schon wünschenswert, dass die Kette sofort von vornherein funktioniert und man sich erst wieder tausend Jahre mit auseinandersetzen muss. Richtig blöd. Audio fängt mit Au an. Ja, das hat mich viele Nerven gekostet, dieses Ding. Ja. Aber jetzt, wo ich es rausgefunden habe, ist alles gut, weil die Treiber, naja, 2016 kam der letzte Treiber, also who gives a fuck. Wo du gerade Audio gesagt hast, ich habe die letzten paar Tage, Wochen immer mal wieder bei dem Sushi-Dragon reingeschaut, zum amerikanischen Streamer mit den eine Million Grafik-Video und was auch immer Effekten mit dabei. Ich glaube, vor so zwei Jahren ist der immer so ein bisschen größer geworden zweieinhalb Jahre, irgendwie sowas. Und damals hat er das ja so aus seinem Keller oder was auch immer halt irgendwie gemacht, aus seiner Garage raus. Und mittlerweile hat er so eine ganze Lagerhalle. Wie viel Platz dieser Dude halt einfach hat, wie viel Platz dieser Dude mittlerweile hat. Und der hat gefühlt drei komplette Server-Racks voll nur mit seiner Hardware halt irgendwie drin. Und dann ging es gestern, gestern ging es darum, noch so einen neuen Effekt mal wieder einzubauen. Das macht er ja auch alles mal eben so live, als wenn das irgendwie so einfach abschütteln. Sehr, sehr krass. Jedenfalls vor ein paar Tagen hat er mal so ein, auch wieder so einen Audio-Rückkanal halt irgendwie gemacht, dass er irgendwie auch den Sound, wenn er jetzt deinen Stream laufen lässt, also das, was bei ihm im Browser laufen lässt, dass er das auch noch durch seinen Audio-Effekt, seine Hardware-Effekte, nicht irgendwie so eine Software oder sowas, dann auch noch mal da durchlaufen lässt. Geht er hinten rein, ja, wir brauchen erst mal ein Kabel. Geht in sein Lager, erzählt erst mal zehn Minuten lang, warum das Lager so unendlich ist. Sucht sich das passende Kabel raus, hat dann so ein zwei Meter langes Klinkenkabel einfach nur mit dabei. Steckt das hinten in sein Interface rein und fummelt dann erst mal so eine Stunde so damit rum. Und du denkst dir so, Digga, das sieht schlimmer aus als ein Rechenzentrum aus den 90er Jahren. Weißt du, weil einfach nur eine Million Kabel überall so raushängen. Und ja, und am Ende funktioniert der Scheiß. Ja, das ist ja wie bei Deadmau5 im Studio. Der macht ja auch viele Dinge selber und dann hängen ja auch die ganzen Kabel rum. Ja, der hat noch die ganzen analogen Synthesizer quasi da, wo er die ganzen Effekte mit so durchschalten kann. Ja, genau. Wobei, ich traue mir das nicht zu und ich verstehe es auch nicht, aber so eine Audio-Kette in so einem Studio funktioniert ja ähnlich wie bei einem Mischpult, immer von einer Etappe zur nächsten. Ja. Vielleicht kann man da dem Kabelstrang folgen und sagen, ja, ne? Und das sieht für uns halt sehr wild aus und auch für jemanden, der davor sitzt, aber ja. Ja, das ist ja wie bei dir, jetzt weiß ich nicht, keine Ahnung, wenn du Hardware zusammenbaust oder so, bist du ja auch super, super schnell fertig damit, im Gegensatz zu anderen, die das nicht so häufig machen. Oder wenn du unter deinen Schreibtisch guckst, weißt du, kennst du jedes Kabel persönlich. Ja, alle. Ja, siehst du, so wenn einer, wenn du jetzt bei mir drunter gucken würdest, wäre so... Äh, okay. ETF. Ja. Ich hab das... Mach du. Gibt's ja, gibt's ja einige Videos, wie er dann so Leute wie Linus Tech Tips und so weiter mal zu so einer Haustour eingeladen hat und die Story zu seiner Bude ist ja, dass er sich das komplett hat selbst bauen lassen, also das Studio mit eingebaut hat und der hat ja nicht einfach nur so unfassbar viel Platz, sondern seine Bude ist halt auch am Arsch der Welt offensichtlich, ne? Also, einfach nur abgefahren. Der will halt seine Ruhe haben. Ja, kann man auch verstehen, ne? Der möchte seine Ruhe haben, ja. Aber ist doch gut, ist doch schön. Das ist, glaube ich, auch das Weiseste, was man machen kann, wenn man ein bisschen Geld verdient hat, dass man sich so seinen eigenen Tempel für den Rest des Lebens hinsetzt und dann hast du ja eine Ruhe. Ja. 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 Denke ich auch. Ist schon was dran. Ist schon was dran, ja. Also, Keller nehme ich auch, du. Also, so wie bei Montel würde ich mir auch einen Keller gönnen. Auch in der Größe, schöne Sofaecke, alles mal ein bisschen so ordentlicher und schöner aufgeteilt, so. So, würde ich mir auch gönnen. Aber vielleicht die ein oder anderen schaltschluckenden Elemente dabei, oder? Äh, na, grundsätzlich auf jeden Fall, äh, weniger RGB oder anders. Anderes Mikrofon, anders Mischpult, also ein bisschen technisch höher angesetzt, dann auch. Ja. Und ordentliches. Ich glaube, du meinst, ich glaube, du meinst noch nicht mal höher angesetzt, sondern einfach nur besser abgestimmt. Ne, höher angesetzt. Also, ein Behringer-Mischpult würde ich mir ja nicht hinstellen für 180 Euro. Ja, okay, ja. Aber ey, das, äh, du, wenn er damit klarkommt, dann ist das ja auch alles vollkommen in Ordnung, ne? Also, also die, ähm, diese Extrem-Umbauten, wie jetzt zum Beispiel Monte, das ist, das, da kannst du einfach nur mit den Ohren schlackern, wie viel Kohle da reingeflossen ist, was da alles steuerbar ist, wie viele Displays da überall mit drin sind, wie viel Kabel, wie viel Kilometer Kabel alleine nur für diesen Raum halt irgendwie noch extra verlegt worden sind und was alles blinken und leuchten und so weiter kann, das finde ich schon echt beeindruckend. Finde ich auch gut. Also, kann er sich gönnen. Ja. Auf jeden Fall. Ist doch schön. Also, finde ich, finde ich auch klasse. Ich freue mich jedes Mal, wenn, wenn, also ich sehe ja oft, äh, also, ich sehe ja oft, äh, andere Leute so, wie sie ihr, ihr Studio bauen und da sind echt wirklich welche dabei, die haben das wirklich mit Liebe gemacht und das sind wirklich schöne Studios geworden. Also, da denke ich mir dann immer so, ja gut, meins könnte ich dann auch mal wieder neu machen. Ja. Ist ja auch nichts mehr Besonderes quasi. Bei uns, äh, im Chat steht gerade von Daddl, äh, die Kameras, die er benutzt, kosten 15K, also diese Ansteuerbaren, ja. Äh, aber das Mischbult nur 300. Gut, wenn du jetzt ein gutes Mischbult hast, musst du jetzt nicht 3000 ausgeben, ja. Ähm, und ich meine, wie viele Spuren mischt Monte dann am Ende wirklich mal seine eigenen, also, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, sein, 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 wahrscheinlich hat er sogar, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich hat er sogar nur sein, sein Mikro angeschlossen, oder? Ja. Und die Konsolen irgendwie drüber, drüber laufen lassen. Aber, aber ist ja egal, ist ja egal. Am Ende des Tages, äh, für ihn funktioniert's und... Eben. Wir haben ja schon öfter darüber geredet, ne, der könnte halt auch irgendwie, äh, von einer Webcam die, die Mikro, das Mikro abgreifen und die Leute würden trotzdem bei ihm zugucken, weil's halt Monte ist, ne? Ja, also, wollte ich grad sagen. Ich mein, äh, man, für Kameras müsste man zum Beispiel auch mal ein bisschen Licht machen, dass die nicht aussehen wie Brü, aber ey, du, wenn die Leute, wenn er das so möchte und das für ihn vollkommen fein ist, ey, bitte. Wer bin ich darüber zu urteilen? Ist nicht mein Standard, aber, ey. Ich find halt nur krass, wie, 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 wie diese, ähm, Aquarien-Mehrzahl in seinem ganzen Haus irgendwie integriert sind, ey, das ist schon... Das ist richtig gut. Also, ich gehöre nicht zu den Leuten, die Fan von, Fan von, oder mit großer Begeisterung so einem Aquarium irgendwie, äh, hinterherhängen, aber, ähm, Respekt, wie das aufgebaut wurde, richtig krass. Find ich auch, sieht sehr, sehr schön aus. Also, auch das Aquarium hinter, äh, hinter ihm ist auch... Wirklich sehr schön, also, tadellos. Tadellos. Ja, 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 ja. Naja. Ich glaub, einer der, der Ersten, die ich so in meiner Wahrnehmung hatte, die so einen Riesen, äh, Umbau gemacht haben, das war der von Ninja, glaub ich, ne? Ninja, ja. Also, mit einer der Ersten, die riesig groß umgebaut haben und ich mein, klar, davor gab's auch schon welche, die in so ein halbes Studio hatten oder sowas, aber der, ähm, naja. Krass. Ja, Ninja hat sich auch so ein fettes Studio gemacht, ja. Ich denke, das wird bei mir aber auch das nächste Mal so sein. Ich glaub, das nächste Mal halte ich voller Esserin dann. Also, denn, wenn ich jetzt, also mein, 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 mein persönlicher Plan ist ja, wenn ich hier ausziehe, dann gehe ich in ein Haus. Für, also, das wird der letzte Umzug meines Lebens quasi aussehen. Ich find noch mal die Liebe meines Lebens oder was auch immer. Äh, das wird dann, äh, mein letzter geplant und dann werde ich da auch voller Esserin gehen. Aber, also, dann bin ich auch gefühlt drei Wochen mal nicht da. Frage aus dem Chat. Äh, was ist aus deinem 19, äh, Zoll, Serverschrank Vorhaben geworden? Das hab ich auf Eis gelegt, an Akta, weil der innere, äh, Schwabe, den ich gesummelt hab, gesagt hat, das ist unsinniges Geld. Das mach ich, das mach ich, wenn ich wirklich dann, äh, umziehe. Dann hau ich alles in den Rack rein. An eine Stelle dann. Also, dann kriegt mein Büro auch einen eigenen Abstellraum. Mit Abzug von Luft nach draußen und alles, also. Ich hab halt, ich hab halt wirklich dieses Jahr durch den Hardcast meinen inneren Schwaben gesummelt. Und das tut auch, ehrlich gesagt, mal ganz gut. Das ist, äh, ja, ich mein, du lachst. Also, ich hab früher, äh, und wenn ich so überlege, ich hab fast jeden Monat anderthalb tausend bis zweitausend Euro ausgegeben, um Technik zu kaufen. So, und, ähm, kommt da schon echt viel zusammen. Und irgendwann denkst du dir halt so, wofür eigentlich? So, und wenn du dann irgendwann mal, also ich mein, du hast ja immer so eine Momente, oh ja, geil, so ein Server-Rack wär ja schon cool, das wird schön aussehen und so, aber dann fragst du dich, was ist denn die Funktionalität davon? Also, was gewinnst du dadurch? So, und, äh, jetzt sag ich mal, so ein Server-Rack bist du bei, mit allem Pipapo, glaub ich, nachher bei zwei, zweieinhalb oder so. Und dadurch hast du nix gewonnen, außer Stress. So, weil die Kabel, die hier unterm Tisch liegen, ja, die sind dann vielleicht ein bisschen weniger, aber dadurch musst du wieder neue Kabel kaufen, kürzere Kabel, dies, das, ananas, und hin und her und kreuz und quer. Und, äh, da stellte sie sich für mich halt nachher am Ende einfach raus, das wäre nur so ein, äh, Ego-Ding, quasi. Oder was heißt Ego-Ding? Das ist halt so für mich, ja, okay, kannst du mal machen, eine Schöni, blä, blä, blä. Und, äh, am Ende hast du, am Ende, also bei wirklich vielen Dingen, stellt man fest, wenn man sich diese Frage stellt, brauchst du die eigentlich gar nicht. Also, wenn ich jetzt, äh, das hatte ich ja letztens schon erzählt, mit meinem, äh, in der Stube, ich wollte mir in der Stube, wollte ich mir einen Beamer hängen, das ich halt so 100 Zoll, 100 Zoll an der Wand habe. Da habe ich mir gedacht, ey, für die zweimal in der Woche, die du im Wohnzimmer sitzt, ne, warum? Also, kannst du die 1.000 Euro auch beiseite legen, kannst sie anlegen, und dann kannst du damit, äh, keine Ahnung, kannst du später halt ein Haus holen, oder, weiß ich nicht, kannst deinen Angestellten zu Weihnachten noch ein bisschen Weihnachtsgeld geben, oder was auch immer. Äh, und das passiert bei mir relativ häufig. Also, auch der Monitor hat super lange gedauert. Ich habe meinen Streaming-PC, äh, mit dem Problem, was er hatte, dass er ausgegangen ist und so, habe ich wirklich sehr lange geforscht, bis ich Geld ausgegeben habe, weil ich das einfach, ich möchte das, äh, ich möchte diesen Kaufrausch in mir nicht mehr unterstützen. Weil der, der, der ist wirklich irgendwann exorbitant. Und gerade, äh, wenn du die Möglichkeit hast dazu, zu sagen, ja, ist ja mein Job, dann fällt das sehr, sehr leicht, sehr, sehr viel Geld auszugeben. Klar, müssen wir nicht drüber reden. Ich habe, ähm, vor ein paar Tagen mal ein Video gesehen vom, äh, Bauer, der zu Besuch bei, äh, Hetzner war, ne? Hetzner ist der Anbieter, in der, äh, Location, äh, Falkenstein, heißen die Falkenstein? Ich glaube, ja. Falkenstein, ja. Ähm, ähm, und ich war doch sehr überrascht über einen, eine, ähm, einen Call, eine Aussage, ähm, dass Hetzner auch noch super alte Server vorhält und, äh, weiter betreibt, ne? Also sprich, die haben ja immer weiter aufgebaut, erst mal die Halle 1, dann, und, ne, immer weitere Halle nebengesetzt und natürlich kommen jetzt in neue Hallen keine alte Hardware zum, zum, zum Tragen, aber dass die älteren Sachen halt auch weiter am, am, am Laufen gehalten werden, weil, Zitat, äh, es reicht halt aus. Du, du brauchst da nicht immer die neuesten, schnellsten Sachen und wenn die Kunden die Server weiter halten und weiter bezahlen und mit der Performance zufrieden, äh, sind, ne? Also so, und keine High-Performance-Anwendungs, ähm, User sind oder, ähm, Anforderungen haben, so, dann, dann brauchst du das halt auch nicht so, ne? Und gerade, und gerade im Server-Bereich, äh, und nicht gerade, aber auch im Server-Bereich hat sich natürlich, ähm, einiges, äh, in, in Sachen Performance und so weiter getan, ne? Ob wir da jetzt die Epic-Prozessoren uns angucken oder Server, äh, Server-Mainboards, die, ich weiß nicht, wie viele Arbeitsspeicher mit reinhaben und wo die, äh, wo es dann darum ging, noch schnelle NVMe's reinzuballern, damit du halt noch mehr, ähm, äh, äh, noch mehr Daten hin und her schieben kannst und noch mehr Aufrufe hin und her ballern kannst, da kannst du ja unfassbar viel Geld ausgeben. Fand ich gut. Und, und halt, Hetzner, und ich mein, das ist ja auch schon seit Jahrzehnten bekannt, Hetzner baut ja ihre, äh, kompletten, ähm, Server komplett alles selber, also sprich vom, das komplette Design, das Layout und die Gehäuse, find ich super krass. Fand ich super informativ, diese Videos von, von Roman. Schön gesehen. Ich mein, am Ende des Tages ist es natürlich ein Werbevideo, weil das ein Werbepartner von ihm ist, ne? Keine Frage. Aber, ähm, wenn, wenn du, wenn du, wenn du, ähm, dich mal umschaust, wie viele verschiedene Anbieter es gerade hier in, ähm, in Deutschland alleine gibt, mit Standort Deutschland dann halt auch so, äh, die in der Größenordnung aktiv sind und auch schon so lange am Markt sind, so, da, da wird die Auswahl ein bisschen dünner, ne? Es gibt einige gute, aber, Hetzner ist da auf jeden Fall nicht, nicht umsonst schon so lange am Start. Fand ich sehr krass. Ja. Die haben zum Beispiel, nur um das eben abzuschließen, die haben zum Beispiel gar nicht, gar nicht so ein, so ein super krasses, wir brauchen eine Milliarde, äh, Kilowattstunden nur, um unsere, ähm, Klimaanlagen zu betreiben. So, die verfolgen ein Kühlkonzept, dass, dass, das halt, äh, das, das, das muss gar nicht so super krass runtergekühlt werden. Also, da muss man sich die Videos angucken. Ich könnte das jetzt gerade gar nicht so wiedergeben. Fand ich gut. Fand ich sehr gut. Naja. Ja, Thema Monitor. Äh, ich warte gerade noch auf, ähm, von EVE Spectrum warte ich gerade noch auf den 14 Zoll, äh, nicht 14 Zoll, genau, auf den 1440p Monitor, 27 Zoll mit 240 Hertz. Da ist ein, ich glaube, LG-Panel drin. Mhm. Und ich habe das jetzt bis schon seit ein paar Wochen mir gar nicht mehr angeschaut, wann das Ding jetzt rauskommt oder nicht oder ob es schon draußen ist oder nicht. Ich weiß, dass die 4K-Version schon draußen war. Den habe ich so im Blick und in dem Segment, 27 Zoll, 240 Hertz, Monitore, verschiedene Panel, entweder IPS oder VA, da tut sich gerade, also die letzten Monate tat sich da ein bisschen, ein bisschen was. Das ist ein, das ist so ein Ding, da wollte ich schon seit Ewigkeiten hin. Und genau wie du, das ist keine Sache, die ich jetzt unbedingt haben muss und brauche, aber da will ich schon seit zwei Jahren hin. So, und ich freue mich da jedes Mal, wenn ich neue Videos sehe zu genau diesem Thema oder genau Berichte dazu lesen kann, wie performant so etwas sein kann oder in welchen Fällen das halt auch keinen Sinn macht. Zum Beispiel ich, als jemand, der fast nur Tag auf spielt, macht das eigentlich wenig Sinn, so ein schnelles Panel zu benutzen, weil du halt kaum in diese Bildwiederholfrequenzen kommst, dass du das wirklich ausnutzen könntest, ne? Ja. Also ich hole gerade wirklich nur noch alles, was notwendig ist. Weil das, ich muss mir, und du musst dir halt irgendwann wirklich eingestehen, du hast dich einfach scheiß top auf der Line erreicht. Das geht nicht mehr. Ich habe letztens, weißt du, ich habe letztens versucht, ich habe normalerweise, das ist so ein gutes Ding und wir reden ja immer offen darüber, kann ein Chat jetzt verurteilen oder nicht. Ich habe ja, momentan habe ich Bock, Switch zu spielen. Also hier Mayo Party und so ein Käse. Und ich habe bei meinem Kumpel, habe ich eine. Und das ist meine, die habe ich ihm, Dauerleihgabe für seine Tochter, habe ich ihm die halt irgendwann mal gegeben. Schon erzählt, ja. Ja. Jetzt habe ich überlegt, ob ich mir eine neue kaufe. Gab es da nicht so eine OLED-Version? Ja. Habe ich überlegt, ob ich mir die kaufe. Und dann saß ich letztens vor meinem Telefon, habe ich gesagt, okay, scheiße, kaufst du die, dann kannst du mit den anderen immer mal ein bisschen spaßig, spaßig machen. Und da habe ich mir irgendwann gedacht, wie dumm wäre das denn? Also warum, wenn du eine hast, warum sollst du dir dann eine kaufen? Naja, so gesehen hast du ja keine. So gesehen hast du die, du hattest ja, sagen wir mal offiziell gesagt, verschenkt. Also wie ist es ausgeliehen? Also das ist nicht, da habe ich das Eigentum nicht überschrieben, quasi. Ja, genau. Ja. Was stellt es denn da einer auf ein Telefon? Dinge müssen kurz geantwortet werden. Ja, dann mach das. Hau rein. Habe ich schon. Ja, auf jeden Fall, achso, auf jeden Fall hatte ich kurz überlegt, ob ich das kaufe. Vor einem Jahr oder zwei hätte ich einfach eine neue gekauft. Hätte ich wirklich einfach eine neue gekauft. Aber auch nicht mehr. Es ist verrückt. Ich weiß nicht, was gerade so mit mir passiert oder dieses Jahr mit mir passiert ist. Also es ist echt crazy. Also ich hätte zum Beispiel auch beim MacBook Pro hätte ich niemals so lange überlegt. Ich hätte einfach Apple drückt. Ja gut, aber irgendwann, irgendwann kommst du wieder zu dem Punkt, wo du dir Sachen anschaust, die du wirklich gerne haben möchtest oder wo du einfach dann Fanboy-mäßig dabei bist. Ob das dann eine neue Grafikkarte ist oder ein neues MacBook oder sowas. Also das, keine Ahnung, ist vielleicht jetzt nur eine Phase bei dir. I don't know. Ist ja auch nicht schlimm. Ganz ehrlich, wenn du... Hör auf zu sagen, das ist nur eine Phase. Sonst haben wir nächstes Jahr wieder Probleme. Ja, aber würdest du jetzt sagen, dass du Sachen öfter oder genau, öfter wieder hinterfragst und dir einfach mal die Frage stellst, brauche ich dieses Upgrade jetzt, weil ich es haben möchte oder weil jetzt wirklich ein Bedarf da ist? Das macht ja schon Sinn. Ja. Ich meine, ich habe mir genau, ich habe mir sicherlich nicht so viele Sachen gekauft wie du, aber ich habe auch bei der mindestens der Hälfte der Sachen, die ich zuletzt gekauft habe, weiß ich genau, das hätte ich nicht gebraucht. So. Ist halt so. Also ich mache mir darüber schon mittlerweile echt sehr, sehr viel Gedanken. Also die Kamera, dieses Kamerading da drüben, worüber wir gesprochen haben, ja, das existiert echt schon lange für meine Verhältnisse. Also wirklich, für meinen Kosmos und auch Zuschauer, die mir schon sehr lange zugucken, das existiert schon sehr, 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 sehr lange. Sehr lange. Und das mit dem Monitor und auch dem Stream-PC, das hat sehr lange gedauert. Ja. Ich glaube, pass auf, es ist bald auch so. Ich habe mir Switch Clips Germany angeguckt und es ist ja scheinbar gang und gäbe, sich immer noch so einen Balken hinzuzimmern, was man als nächstes upgraden möchte, damit Leute da was reinfeuern, weil man kann ja sein eigenes Geld dafür nicht ausgeben. Aber nächstes Jahr sehen wir diese Balken dann. Dann werden die Upgrades nur noch über diese Balken gemacht. Einfach den Superschwaben gesummelt. Das ist dann der Superschwabe zum Quadrat. Weißt du, ich habe in der Vergangenheit immer gesagt, ich finde so Donation-Balken um sinnvolle Sachen, die man für den Stream braucht, quasi auch Transparenz zu machen, wofür man Geld ausgibt, finde ich nach wie vor gut. Das fand ich noch nie schlimm und noch nie irgendwie, dass man da rum bettelt, so der typische Battle-Balken. Womit ich persönlich nur ein Problem habe, ist, es gibt ein paar Kanäle, bei denen musst du nicht lange suchen, die haben, sobald das Ding voll ist, steht der nächste Anwendungsfall da drin. Jetzt brauche ich ein Objektiv, dann brauche ich eine Kamera, dann brauche ich noch ein neues iPhone, dann brauche ich noch dies und so. Damit habe ich persönlich ein Problem. Deshalb würde ich das so nicht machen, so mit dabei. Aber so der Rest ist mir, ist mir am Ende des Tages egal. Mir ist das schon so lange egal, das sollen die Leute machen. Wenn die Menschen das machen wollen, dann sollen sie das tun. Ist vollkommen legitim. Bitte. Also ich würde es nicht tun, also natürlich erzähle ich meinem Chat davon, aber ich habe jetzt so, wenn ich sage, ich brauche einen Monitor, kaufe ich mir einen Monitor. Fertig. Ja, genau. Weil am Ende des Tages sind wir mal ehrlich, Chat bezahlt das sowieso. So oder so bezahlt Chat. In der einen oder anderen Art und Weise, ja. Ja. Ist ja schnuppi dann. Aber nochmal kurz zurück zum Thema Switch. Du hast jetzt da nicht irgendwie, ich lese gerade bei mir im Chat von wegen hier, irgendwie so eine Limited Edition von dem Spiel oder so, da bist du gar nicht dabei. Bei dir geht es jetzt nur um das reine Gaming-Studio. Ja, 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 genau. Dass das Gerät da wieder da ist, ja. Ja. Ich muss nochmal ganz kurz zu den Kabeln zurückkommen. Vielleicht sind wir hier bei mir vor ein paar Tagen bei mir in meinem Keller gewesen und ich habe, mein Keller ist wirklich, also so knapp, nicht mal zwei Meter breit, ja, also ich kann gerade, ich kann mit den Händen so ausgebreitet da so dran und der ist vielleicht fünf Meter tief, wenn es hochkommt. Das ist ein relativ kleiner Keller, der ist schnell vollgestellt. Aber noch nicht mal, noch nicht mal, also eher kleiner. Okay, okay. Nein, der ist, ja, 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 okay. Eher weniger so. Okay. Und da habe ich dann, als ich direkt, als ich einzig eingezogen bin, habe ich mir direkt, bin ich in den Baumarkt gefahren und habe mir halt so halbwegs stabile Regale geholt, so, ne, durch das Gewicht der Sachen, die man reinstellt, werden die ja eh ein bisschen stabiler, das wissen wir ja alle. Ja. Und habe die halt aufgebaut und habe die immer sofort sukzessive zugeknallt mit allen Sachen, die man halt hier oben nicht so hat, ne. Und ja, ich habe, als ich hierhin, also bevor ich umgezogen bin, habe ich wirklich, wirklich, ich weiß noch, wie viel Kabelscheiße ich entsorgt habe, ne. Also so diese ganzen alten Koaxialkabel, Audiokabel, irgendwelche Sachen, die schon dreimal geknickt waren, die man immer behalten wollte, weil, ne, vielleicht brauchst du ja noch das Kabel so, man kennt das ja. Ich weiß noch, wie ich kistenweise diese Kabel weggebracht habe. Rate mal, was in meinem Keller jetzt auch wieder sehr, sehr viel Platz wegnimmt. Kabel. Ja, hier ist noch so ein Elektro, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Adriges, Elektrokabel, so eine Rolle, kann man ja mal gebrauchen, ne, wollen wir doch nicht wegtun. Ja, dann habe ich jetzt hier noch so, also ich habe so Boxen, die sehen so ähnlich aus wie die Boxen von DHL, von der Deutschen Post, so, ne, die haben so eine ähnliche, aber so dieselbe Größe, ne. Ey, ich glaube, ich glaube sechs, sieben davon nur voll mit so Zeug so, mal eben kurz Sachen reingeschmissen, ins Regal gedonnert und nie wieder angepackt, so nach dem Motto, ja, da gehst du mal dran, wenn du mal Zeit und Lust hast, ne. Als ob. Nie bin ich da wieder dran gegangen. Ich habe, wir haben da gestern mal, vorgestern mal so durchgeguckt, da sind noch so, kennst du noch früher, wenn du in den Baumarkt gefahren bist und hast ja so einen Überspannungsschutz geholt, den man dann auf die Steckdose geklemmt hat, dann sagt dir ein Elektriker, Digga, das Ding macht gar nichts. Wenn da mal wirklich einen Blitz einschlagen sollte, dann platzt das und dein Gerät dahinter ist auch im Arsch und der Nächste sagt so, nein, voll gut. Keine Ahnung, das ist nämlich mal ein Endstörfilter oder sowas, ne. Naja, und allein von den Dingern habe ich fünf, sechs so Dinger da unten rumliegen oder dann auch so eine, ich habe zum Beispiel aus dem Baumarkt habe ich mir mal solche schaltbaren Steckdosen mit so einer Funkfernbedienung halt geholt, ne. Die erste hat ein Jahr gehalten, damit habe ich halt Computer ein- und ausgeschaltet und irgendwann konntest du es entweder nicht mehr ein- oder nicht mehr ausschalten, also tolle Fernbedienung halt, ne. Anstatt, dass ich die wegschmeiße, denke ich so, ja, die kannst du noch mal gebrauchen. Ja, wofür denn, wenn man sie nicht steuern kann? Ernsthaft, ne. Also ich muss ganz, ganz dringend in meinem Keller mal wieder mit der, mit der harten Kelle durchgehen und Sachen entsorgen und mir beim nächsten Kaufen dann auch, ja, das war die Prä-Smart-Era. Ja. Damals gab es keine smarten Steckdosen. ich weiß. Da bist du dann, dann stand mein, mein PC stand zu der Zeit auf der Gästetoilette und ich habe die Kabel ja, habe ich ja schon erzählt, über den Speicher halt gelegt, den Dachboden und wenn du dann in dein Büro kommst, dann drückst du halt auf deiner Fernbedienung einen Knopf, dann fährt der Computer hoch. Dann musst du da nicht rübergehen und den anmachen. Ist ja blöd, ist ja eine Gästetoilette. So halt. So, das hat was von Messi, ne, Dein Keller ist echt ordentlich. Der ist nicht so ordentlich wie dein Lager, müssen wir nicht drüber reden. Meist? Aber ich habe, ich würde behaupten, dein Lager ist ordentlich. Ne, ne, ne. Ist gerade Baustelle. Ja, okay. Ist gerade Baustelle, Alex. Das ist also, das ist ein Raum, den ich gerade nicht so fühle, aber ich kann mich auch, ehrlich gesagt, nicht durchringen dazu, den einfach mal so komplett zu entkehren. Ich habe vor, ich müsste jetzt lügen, wie viele Jahre das her ist, habe ich noch als Powerseller auf Ebay und auf anderen Plattformen noch gearbeitet und gehandelt und aus der Zeit, es gibt keinen Scherz, habe ich noch so Popfolien. Da bestellst du dann immer solche großen Rollen, meistens so zwei, drei, vier Stück, damit die halt nicht so teuer sind und davon habe ich immer noch zwei komplette Rollen. Die schmeißt du ja nicht weg, weil immer wenn du was verschicken willst, nimmst du halt kurz und ballerst das so weg. Das nimmt halt einfach nur scheiß viel Platz weg und du brauchst es halt nicht mehr. Hab schon, also, wir haben schon gesagt, wir müssten eigentlich mal einen Stream machen, in dem man einfach nur diese Dinger aufpoppt und dann macht man das den ganzen Abend, weißt du? Also, einfach nur als stumpfsinniges, also ich meine, du kannst dich entweder vor den Kamin setzen und eine Stunde lang in die Kamera schweigen mit deinen Pfeifen oder du kannst nicht halt die ganze Zeit aufpoppen. Ja gut, aber das mit der Pfeife ist auf jeden Fall umweltfreundlicher. Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Also, auf so diese Verschwendung stehe ich halt auch nicht. Nee, warum denn auch? Kannst du ja, wenn du irgendwann nochmal umziehst oder so, weißt du? Ja. Und jetzt das Problem dabei, mein Keller ist jetzt, ist kein Messie-Keller, und das ist auch kein, also das ist nichts, wofür ich mich schämen würde, aber ich habe weder Bock noch Zeit, mir da irgendwie eine Möglichkeit hinzulegen, dass ich eine Kamera da unten habe. Also, es ist so weit weg, dass ich mit irgendwie HDMI-Kabel da niemals hinkommen würde. Es ist so dumm verwinkelt, dass ich auch keinerlei WLAN-Signal da unten hinkriege und ich habe auch keinen gescheiten Handyempfang bei uns im Keller. Also, ich könnte jetzt auch nicht sagen, okay, dann stream ich halt mal mit dem Handy aus dem Keller. Das geht in manchen Positionen am Fenster schon und dann gehst du ein bisschen weiter in den Raum rein und also nicht in den Raum rein, sondern in den Flur wieder und dann ist es sofort tot. Kann es klingen. Safe call, Messi. Nee, das ist halt einfach alles vollgestellt, aber alles schön optimiert. Es ist wirklich optimiert. Das Ding ist halt, es sammelt sich halt irgendwann auch was an. Guck mal, mein Bildschirm kam heute mit vier Kabeln, zwei HDMI und zwei Display-Port. Und du bist dann Typ, das schmeiße ich nicht weg. Warum denn auch? Ist ja auch gut, funktioniert doch. Wenn dir irgendwann, wenn dir wirklich mal eins bricht oder so, kann ja alles immer mal vorkommen, dann kannst du halt, dass die Kabel so. Wie du beim letzten Mal auch schon gesagt hast, wenn du was umbaust, dann ist irgendein Kabel einfach so ein Stück zu kurz und du musst es neu kaufen. Dann hast du dieses ultralange Kabel, für das du schon mal sehr viel Geld ausgegeben hast. Das rollst du wieder auf, legst es in dein Lager und bestellst ein Kabel, das so ein Stück länger ist. Ja, toll. Ja, aber das werde ich jetzt auch irgendwann nochmal in Angriff nehmen. Also in mein Lager, wenn ich mal montags irgendwie gerade Bock dazu habe, dann ruppe ich da auch alles raus und dann werde ich da auch einmal alles ordentlich machen und mir Boxen holen und so und das alles schön aufstapeln, weil es sieht aus wie Scheiße da drin. Bei der Chat steht gerade, sorry, steht gerade was zu den Kabeln. Ich soll die bei Ebay einstellen und verkaufen. Es gibt Leute, die kaufen die auf. Also wenn ich solche alten Kabel habe und das ist halt wirklich viel, dass es auch ein paar Kilo sind, dann würde ich mir schon einen Gedanken machen, ob man die irgendwo mal anbietet, dass die jemand für einen günstigen Kurs schnappt oder man bringt die zum Werkstoffhof, der die nach Möglichkeit recyceln kann. Ich schmeiße sowas nicht in die Mülltonne. Das machst du halt einfach nicht. Das ist so, das ist so, als wenn neben so einem kleinen Gerätekontainer einer seinen Kühlstrang hinstellt. Das machst du auch nicht. Ja. Ich habe das auch nie getan und werde das auch nie tun. Also meine Technik gebe ich immer weiter, wenn sie noch funktionieren und wenn sie nicht funktioniert, geht es auf den Werkstoff hoch. Immer vernünftig da, wo es hingehört, damit man damit halt irgendwann nochmal was anfangen kann. Weil wenn es im Müll landet, dann kommt es auf die Deponie und dann... Ja, dann ist es weg. Ja. Dann ist es weg. Nee, aber das ist so, das ist eins der Projekte, die bei mir nochmal anstehen, wenn ich mal hier nicht vor der Kamera bin. Und am besten auch, wenn es richtig schön kalt draußen ist, damit man sich unten im Keller wieder einen wegholen kann. Man kennt das ja. Das machst du ja nicht im Sommer. Ich meine, ich bitte dich. Ja, also ich werde das bestimmt auch nochmal in Angriff nehmen. Jetzt hast du mich wieder auf die Idee gebracht. Weil die ganzen Kabel auseinanderfrieren mit dem, was man nicht mehr so braucht. Und dann... Ich habe diese alten Ikea-Pappboxen noch und die sind mittlerweile schon eingerissen und zerrissen. Und... Ah! Und man hat immer gar keine Übersicht mehr und das regt mich immer so auf. Denn du kennst es auch. Du willst... Du hast dir eine neue Kamera gekauft oder du musst das Kabel Mini-HDMI wechseln. Und dann denkst du so, ah, ich habe sowieso keins mehr. Und dann kaufst du wieder neues und dann hast du doch 50 Adapter davon rumliegen und 30 HDMI-Kabel und dann regst du dich auf, weil du es wieder gekauft hast. Das habe ich übrigens auch komplett eingestellt. Das... Weil... Das bringt dir einfach irgendwann auch gar nichts mehr. Weil das total Banane ist. Man hat so viel Scheiß, wenn du regelmäßig Technik kaufst. Ich meine, Kalkgerätestecker. Ich habe eine ganze Box voll Kalkgerätestecker. Für den Rest meines fucking Lebens habe ich Kalkgerätestecker. Die habe ich... Bevor ich hier hingezogen bin, habe ich auch die ganzen Kalkgerätekabel aussortiert und habe die dann einfach in Zehner-Einheiten verkauft. Oder ich glaube, ich habe ein großes Paket mit 20 gemacht und dann nochmal eins mit 10. Weil es halt einfach too much war, ne? Und dann kriegst du für so ein Kabel halt kein Geld, aber es wird zumindest wieder zurück in den Kreislauf und es kann jemand, kauft jemand was, der die braucht. So die Richtung. Das ist schon heftig. Ja, ich schieb die mal auf, wenn irgendeiner was braucht. Hier, nimm, 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 nimm. Also bei mir ist es immer so, wenn Leute zu Besuch kommen oder so, brauchst du irgendwas, geh ins Lager, nimm dir irgendwas mit. Ich habe zum Beispiel noch meinen allerersten Staubsauger aus meiner allerersten eigenen Wohnung. Ja. Ich hatte irgendwie keinen und meine damalige Freundin war der Meinung, sie müsste mir jetzt einen kaufen, weil die ganze Wohnung war irgendwie alles voll mit Kacheln und ich habe immer nur durchgewischt, aber nicht gestaubsaugt und das hat für mich halt, ich habe gedacht, das reicht, aber naja, ich war halt jung und dumm, ne? So, also, ich bin jetzt auch nicht viel schlauer geworden, aber sie hat mir dann halt einen Staubsauger geschenkt und den habe ich immer noch und den benutze ich zum Beispiel eigentlich nur noch draußen für mein Auto, was jetzt gerade nicht geht, weil ich draußen keine Steckdose habe, aber für solche Sachen, das schmeiße ich dann auch nicht weg, weil der ist laut und funktioniert gut und ist nicht so groß. Ja, schon nicht schlecht. Ja. Und eben die Sachen mit den Kartons, ne? So Sachen von Klamotten, die du noch brauchst. Ich habe dann zum Beispiel die größten Kartons sind dann so von einem Fernseher oder auch mal von einem größeren PC-Gehäuse und da packe ich dann die ganzen anderen, kleineren Sachen dann halt irgendwie rein und wenn du dann was suchst, dann suchst du es halt mal ein paar Minuten, aber scheißegal, du hast es, wenn du es wegen Garantie oder wenn du es später mal verkaufen willst oder weitergibst, dann hast du noch die Original-Kartons. Also ich habe so einen Scheiß. Ne, das habe ich nicht. Das habe ich auch. Ne. Original-Kartons, sofort ab, weg. Also alles auseinanderklabüsern, hier Pappe, Styropor, Plastik und dann Ab-Obenwerkstoffe. Ey. Ne. Ey, wenn ich das alles aufheben würde, also wirklich jetzt, wenn ich nur mal die vier 32-Zoll-Kartons aufgehoben hätte, Alter, wäre mein Keller voll. Wir haben in der letzten Wohnung, Entschuldigung, da waren wir in der oberen Etage und konnten noch den Dachboden mit benutzen, ne. Ja. Wenn du die, wenn du die konntest, da hast du so eine typische Deckenklappe gehabt, mit so einer Treppe und wenn du dann nach links und rechts guckst, da stand alles voll mit meinen Kartons. Von allem, von allem, alles. Egal, ob das ein fünf Jahre altes Nas war oder ein Fernseher oder keine Ahnung, alles. Habe ich früher auch gemacht, aber wofür so? Ich habe in Berlin, ich habe das erste Mal ein Auto gehabt, das weiß ich noch, das erste, was ich getan habe, ist von dem SUV, nachdem meine damalige Freundin mit mir ganz viel gemeckert hat, den SUV umgeklappt und ich habe wirklich so unfassbar fucking viele Kartons weggebracht. Ich habe zwei Autos voll nur Kartons weggebracht und ich habe echt einen großen Kofferraum. Aber ne, warum, also sehe ich auch gar nicht mehr ein. Ich habe letztens, was war das? Achso, ich habe einen Rick in Berlin noch bestellt gehabt, das hat nicht funktioniert, weil ich sage, ey, sorry Leute, ich habe keinen Originalkarton mehr, ich würde das gerne wieder zurückschicken, schickt mir einen, also die sind ja auch verpflichtet dazu, schickt mir einen Karton, ich packe das ein und mache das, weil ey, ne. Ich habe so viele gehabt davon. Ich habe in Berlin, habe ich angefangen, welche wegzuschmeißen und ich habe irgendwann in meinem Lager oben welche gestapelt und ich hatte halt wirklich gefühlt einen Meter Kartons gestapelt da oben, von iPhone bis iPad bis MacBook bis zu sonst was, irgend dies, das, Ananas und wenn mir jetzt einer kommt mit Verkaufswert, ey, nee, wenn einer was kaufen will, dann kauft er auch ohne Originalkarton. So, und wenn derjenige sagt, da hast du aber keinen Originalkarton, ja, dann verpiss dich, hau ab. So, nee, das ist einfach, wofür so, also wofür will man diese Kartons aufheben? Aber du bist sowieso nicht der bei Ebay oder anderweitig Verkäufer, ne? Ja, von daher ist es relativ egal. Ich habe bei Ebay so viele komische Kauze gehabt, so, und wenn mich schon wieder einer fragt, können wir auch 100 Euro weniger machen? Nee, können wir nicht, weil da steht ein Preis. Also dieser Preis oder kein Preis. Ansonsten halt die Maul. Was? Das kann ich sehr gut, wenn Leute mit dir handeln wollen und wenn mir einer da blöd kommt, dann bezahlt der am Ende auch mehr. Also da handle ich nicht. Aber das mache ich auch gerne. Also das ist so, wenn ich was verkaufen will, ich muss es ihm ja nicht verkaufen, der Person, die sich dann meldet. Das mache ich mittlerweile immer noch ganz gerne. Früher hat mich das auch genervt, gerade weil ja dann Leute auch bei kommerziellen Angeboten jetzt anfangen, da noch mehr zu handeln und so weiter. Das fand ich auch lächerlich. Aber da habe ich irgendwie so eine, das ist irgendwie so eine Secret Passion, so ein Secret Kink irgendwie, keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Nee, da habe ich keinen Bock drauf. Also mittlerweile ist es bei mir so, ich gebe das für so viel günstiger an meine Kumpels ab. Oder, also das Einzige, was ich gemacht habe, weil ich ja letztes Jahr aufgrund der Corona-Krise ein bisschen weniger verdient habe und ich musste halt ein paar Sachen musste ich abgeben, weil ich brauchte halt Geld. Und da habe ich halt, weil ich wollte ein Objektiv verkaufen und das wollte ich halt wirklich für viel loswerden, weil es halt ein unfassbar teures Objektiv war. Das hat dann meine damalige Freundin bei Ebay-Kleinanzeigen verkauft. Aber ansonsten, also wenn ich jetzt nicht wirklich in Nöten bin, dann weiß ich nicht, 50 Euro hier, kannst du iPhone 11 Max nimm mit, kannst du haben. Das ist gut. Also mit mir befreundet sein lohnt sich. Also wenn du mal irgendwas loswerden willst, meld dich ruhig. Also ich zahle da faire Nils-Preise. Naja, das Ding ist halt, ich sag mir halt immer, warum soll ich dir nicht auch was Gutes tun? Weißt du? Weil also manche meiner Freunde, die sitzen halt manchmal mit Tastaturen, die sind, also ich habe glaube ich noch einen Motti, ich weiß nicht, ob er gerade da ist, der hat meine allererste Steel Series Apex noch und die müsste glaube ich acht Jahre sein. Und die besitzt er immer noch und benutzt sie immer noch. Und da habe ich auch gesagt, komm ich gebe dir Versand, bevor es bei mir nur rumliegt, nimm, hau rein und feuer frei. Oder wenn jetzt irgendeiner kommt und sagt, ey ich habe kein Headset mehr, habe ich halt Corsair gefragt, du kann ich, was soll ich damit, kann ich die weggeben an Freunde, also ich will sie nicht verkaufen. Ja, kannst du machen. Dann kommt jeder immer hierher, brauchst du Maus, na klar, nimm mit, brauchst du Tastatur, na klar, nimm mit, brauchst du Headset, na klar, nimm mit. Und bevor das nur rumliegt, so können die Leute sich das halt dann mitnehmen. Letztens habe ich meine Pedale und mein Lenkrad verkauft für günstig Knete an einem Kumpel von mir. Mir ist der Stress, bei Ebay ist es nicht wert. Also nicht, weil ich dieses Geld nicht möchte oder so, sondern bei den Leuten ist es gut aufgehoben. Ich verstehe, was du meinst. Ich bin, ich ticke da ein bisschen anders. Der Chat kennt zum Beispiel meine Maus-Schublade, ja, in dem noch so ganz alte Chatschen halt irgendwie drin sind, aber ich hatte schon immer, ich habe noch nie eine Affinität gehabt, mir Sachen ins Regal zu stellen, Collect Edition oder was auch immer so, das ist überhaupt nicht mein Ding. Aber Mäuse und Tastaturen habe ich schon, bevor ich mit YouTube und Streaming und so weiter zu tun hatte, da war ich so der Typ, keine Ahnung, im Jahr habe ich mir locker zwei, drei Mäuse oder Tastaturen gekauft, einfach weil ich, weil ich immer irgendwie auf der Suche nach dem neuen Ding war, so von wegen, so die Form sieht besser aus, ja, hier ist noch ein Knopf mehr drauf und da gab es noch keinen RGB-Scheiß, so ne, und da war die Industrie, die hat sich so gerade so entwickelt und so und daher kommt das noch. Ich habe letztens erst noch so einen Stapel Tastaturen rausgebracht, das waren zwei Multimedia-Tastaturen und noch drei mechanische, einfach weil die hier im Weg lagen, so und das tut mir dann auch weh, dass die nicht genutzt werden. Vielleicht sollte ich mir mal deiner, dich als Vorbild dann nehmen und mal das ein oder andere hier mal aus meinem Setup aussortieren, ne? Also ich sage mal so, für mich ist es halt so, meine Freunde besitzen nichts Besseres oft, weil wer möchte sich jetzt, also wer gibt da, wer hat da so viel Passion, dass da immer alles reingeht? Oder also die Passion ist schon da, aber wenn es eh, also warum, wozu soll ich das aufheben? Also ich habe natürlich einen Backup habe ich immer liegen, guck mal, ich habe jetzt auf meinem Tisch habe ich zwei Tastaturen liegen, da drüben liegt noch eine dritte und ich habe nur hier, habe ich schon vier Mäuse. Also wie viel Backup will ich denn noch haben? So ich habe in der Küche, in der Küche steht ein Headset. In meinem, in meinem Lager liegen vier brandneue Mäuse. Zwei brandneue Tastaturen. So ich, also wofür? Also, die brauche ich doch gar nicht. So und dann, wenn jetzt jemand kommt und sagt, boah ja, ich habe hier noch eine Logitech, schieß mich tot und die fällt auseinander und dann feuerfrei rein und mit. Ich kriege, ich kriege da nicht so viel Besuch so, das bietet sich fast gar nicht an. Naja, manchmal frage ich die Leute halt auch, ob sie was brauchen so. Mache ich auch. Ich habe zum Beispiel einen meiner Moderatoren, äh, letztes Jahr, nee, letztes Jahr, vorletztes Jahr, letztes Jahr, der hatte halt Probleme mit seinem PC und der war erst mal alt. Und dann, habe ich, habe ich ihn gefragt, ob er das haben will und dann hat er für einen ganz, ganz schmalen Tal, habe ich einen 3059x geschickt und eine Grafikkarte, Mainboard und dann war das halt geritzt, weil ich, das Ding ist ja, ich kriege es ja von AMD gesponsert, so. Oder es war gesponiert. Und, äh, verkaufen möchte ich das nicht, weil es ist halt ein Dickmove, ist totale Scheiße, gibt super viele Leute, die sowas machen, aber ich möchte das nicht machen, so, und wenn es derjenige dann halt nur wirklich braucht, warum soll das bei mir im Lager verschümmeln? Also, und zur Frage, hast du gerade gesagt, den 3950x, also den Threatripper? Ne, den 3900x. Ach so, den, ja, den 3900x, Entschuldigung, ja, dann habe ich mich geschmackt. ich dachte ja so, Herr Threatripper, der hat doch den kleineren bei sich im Stream-PC drin, au, ja. Ja, ne, aber, alles klar, dann geht sowas halt weg, weil, warum soll es im Lager liegen? Und man kann ja auch immer, ich sage immer so schön, das ist auch meine Einstellung dazu, man kann sein Reichtum auch teilen. Mit Anderen. Und so kann man das erteilen. Weil, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich kriege von Corsair alle Tastaturen, alle Mäuse, alle Headsets, fast alles von der Gato zugeschickt. Also ich kriege wirklich alles gesampelt. Ich bekomme jetzt schon wieder ein neues Headset, also nicht eins, was erst rauskommt, sondern eins zum Testen. Ah, das Stab, das Zeug stapelt sich. Die Kurzform ist, das ist bei mir nicht so. Also es gibt immer so Phasen, da kommt recht viel bei mir an, das stimmt auch. Und die meisten Sachen wandern dann direkt als Giveaway, nachdem man die ausprobiert, halt weiter. Letztens haben wir ja auch so ein USB-Mikrofon und auch ein zweites und das und jenes und so, weil ich da auch die Anwendung gar nicht habe und auch gar nicht, ich will das gar nicht irgendwie rumliegen lassen. Weil dann passiert nämlich Folgendes, dann wandert es irgendwann in meinen Keller, belegt wieder einen Platz in meinem Regal, den ich nicht habe. also macht es mehr Sinn, das dann rauszudrücken. Und ich glaube, ich bin da auf einem ganz guten Weg. Ich glaube, da könnte man natürlich noch mehr aussortieren, aber ja, also es macht es. Ich sage mal so, wenn dir ein Werbepartner was schickt, jetzt in deinem Fall Corsair, dann probierst du das halt aus, du zeigst das ein bisschen, du machst halt die übliche Promotion dafür, dafür wirst du ja quasi auch gesponsert, bezahlt, dies, das, jenes. Und gerade bei dir, wenn du halt das volle Produktportfolio von Corsair halt bei dir vorliegen hast oder sowas, da spielt es jetzt nicht so die große Rolle, dass du alles immer da hast. Aber wenn dir ein Sponsor oder ein Werbepartner halt ein oder zwei Geräte schickt und du zeigst sie einmal kurz in die Kamera und dann verschickst du sofort das Giveaway, ich kenne das nur von den Werbepartnern, dass die dann natürlich schon ein bisschen mehr Reichweite, Schrägstrich Zeigen des Produkts und Interaktion halt sehen möchten oder haben wollen. Im günstigsten Fall. Und ganz klar, ich verstehe das schon, dass man natürlich, das kommt ein bisschen auf den Partner, die Größe, dann auch die Community und so weiter so ein bisschen an. Natürlich, klar, keine Frage, aber ich glaube, es gibt nichts Unangenehmeres, wenn mir jetzt ein Werbepartner was schicken würde. Ich würde das einmal kurz auspacken, zeigen, machen, tun, dann verlost man das und dann meldet er sich zwei, drei Wochen später und sagt so, du kannst du noch mal da und da was zu machen oder sagen oder zeigen und du sagst, ich habe das gar nicht mehr. Nee, das passiert bei mir nicht. Ja. Also das Ding ist halt, ich habe bei den ganzen Sachen, ich teste die halt leise, also ohne, dass Leute das mitkriegen. Also weiß nicht, wenn jetzt beispielsweise das Headset, was jetzt gerade da ist von Corsair, das teste ich halt immer am Mac, so, also weil ich es dafür benutze im Office-Betrieb und ich habe hier auf dem Tisch habe ich auch noch eine Maus liegen, die habe ich auch vor kurzem gekriegt, das ist halt die Sabre, die kommen jetzt auch gerade neu raus, Hashtag Werbung und ich teste die halt jetzt aus, die Sabre habe ich jetzt noch nicht getestet, aber ich probiere das halt sehr lange aus, um zu, um zu gucken, inwiefern dieses Gerät denn jetzt für den Anwender gut sein kann. Also ich habe die schon eine Weile da, also es ist jetzt nicht so, als wenn ich die eine Woche später gleich so und weg. Ja. Ich finde auch so typische Unboxing-Erfahrungen immer ein bisschen schwierig, wenn du siehst, dass jemand, der ein Video zu einem Thema gemacht hat, eine Maus, eine Headset oder sowas, der setzt es einmal auf, er benetzt es einmal an, sagt so, ja, klingt ganz gut und in der Software kann man das und das einstellen. Da fehlt mir auch so ein bisschen so dieses, mal ein paar Stunden wirklich damit, was gemacht zu haben, so, ne, um mal so ein Anwendungsszenario da mal durchzuspielen. Ich meine, klar, wenn du eine Tastatur hast oder eine Maus, wir haben uns alle an verschiedene Sachen gewöhnt. Der eine hat den, liegt mit der Hand eher flach auf, der nächste hat eher so diesen Chlorgriff, das machen zwar nicht so viele, aber es gibt immer noch genug Leute, die genauso spielen und der eine steht eher auf so eine Taste, die man spürt, dass sie einen Widerstand gibt, der nächste will, dass da gar kein Widerstand dabei ist, so, also das, da kann man schon im Vorfeld ein bisschen planen, wenn man das weiß, ne, aber im Großen und Ganzen, ich würde immer empfehlen, in den Laden zu gehen und sich mal die Dinger in die Hand zu nehmen oder auszuprobieren und nicht so viel auf das Gelaber von Leuten vor der Kamera zu geben, außer natürlich das Grundsätzliche, ne, also finde ich zumindest. Naja, also ich sag mal schon, wenn du, also, mir kann man schon glauben. Ich sage nicht, dass es mir in die Tastatur handelt. Ich sage nur, es bringt dir wahrscheinlich mehr, in den Laden zu gehen, so eine Maus anzupacken und zu sagen so, ach so, ja, nee, ich habe ja große Hände, diese super kleine Maus, die er mir da gezeigt hat, die brauche ich ja gar nicht. Ja, aber das ist ja eben das Ding, wenn zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel einfach jetzt hier die Saber, die ist super, super leicht, weil es ist so eine, ja, ich sage mal, Tournament-Maus, die ist super leicht, die geht zwar gut in der Hand, aber die wiegt nichts. So, und das sind ja immer die Kriterien, also ich bewerte die, das ja nicht nach, oh, ist die geilste Maus auf dem Planeten oder bang for a buck, sondern ich bewerte das Ding nach, fasst meine riesige Hand, diese Maus da rein, wie schwer ist die, wie lange hält der Akku, wie ist das Kabel, so die wichtigen Dinge halt. Also, und nicht nach, so die, die, also grundsätzlich, Entschuldigung, Corsair übrigens an dieser Stelle und auch alle anderen Partner, ich bewerte eure Geräte nicht nach den, äh, Sheets, die ihr mir schickt. also, 5 Zillionen, 60 Zilliarden, Megahertz, Abtastrate, denke ich mir immer so, nice to have, aber ich glaube, der Endkunde möchte wissen, ob seine Hand da drauf passt, ob das schwer genug ist, ob das Stereo gut funktioniert, wie das auf dem Kopf sitzt und nicht die faktischen Daten, die hinten auf der Packung draufstehen. Also, da bin ich auch, auch gar kein, kein Fan von. Da fällt mir was ganz Witziges ein, ich hatte mal ein Braun Placement von, von Twitch und da ging es um Rasierer. So. Und die Leute schicken dir, ja, so ein, so ein Sheet oder, dann hat jetzt Braun, sag ich mal, gesagt, hey, das sind so die Key Facts von dem Rasierer und dann sitze ich in dem Meeting drin und sage so, na, wollen wir uns nicht einfach rasieren und dieses Gerät ausprobieren, wie es denn nun wirklich ist? Das ist doch viel sinnvoller. Also, ich habe mich dann dementsprechend auch rasiert im Stream, weil ich, ich denke mir halt immer so, na, wenn doch aber einer wissen will, ähm, wenn noch einer wissen will, wie das Gerät ist, dann muss ich ihm das doch auch irgendwie zeigen oder die, die wichtigen Fragen beantworten. Der Rasierer ist übrigens wirklich sehr, sehr gut gewesen, by the way. Ich besitze ihn heute noch und benutze ihn heute noch, der ist mega geil. Also, danke an der Stelle Braun für dieses Geld, fürs Placement und den Rasierer. Hashtag Werbung. Aber das verstehe ich sowieso immer nicht an den, an den, an den Werbungen so, ja, das hat mir jetzt einer zugeschickt, das ist jetzt der beste Shit auf der Welt, äh, aber ausprobiert habe ich es nicht wirklich. Das ist genauso wie, äh, wie, wie Benchmarks zum Beispiel. Wenn du, wenn Leute halt dich fragen nach Benchmarks, wie ist denn so der 5950x und mach mal Benchmark. Ich wäre auch immer so, mach ja das nicht mal im Anwendungsbereich. Ob da jetzt 10.000 Punkte stehen oder 9.000, ist für den Orthonormalanwender völlig irrelevant. Das sieht man ganz genauso. Der will wissen, ob das Ding läuft, ob da genug Seff drin ist, eventuell noch, wie warm der wird und ob der genug FPS hat und wie das Ganze harmoniert. Und das war's auch schon. Also, gerade jetzt, da fällt mir auch, ich rede so viel, willst du auch mal? Entschuldigung. Verzeihung. Ich hatte letztes Jahr mit Western Digital zusammengearbeitet und die haben neue SSDs oder NVMes rausgebracht und die haben 7.600 Lesegeschwindigkeit gehabt und 5.000 Schreibgeschwindigkeit. Und, äh, dann habe ich gesagt, Chad, wisst ihr was? Schön, dass das da steht. Wir können Benchmarks machen oder wir installieren da drauf jetzt einfach Cyberpunk und gucken mal anhand von Cyberpunk, äh, wie schnell jetzt das geladen wird und wie flüssig das läuft. Da habe ich mich mit der Stoppuhr hingesetzt, habe das Spiel gestartet auf der einen SSD, blablabla, habe das durchlaufen lassen, habe das auf die andere gepackt und habe halt ungelogen eine Differenz von 45 Minuten, äh, 45 Sekunden Ladezeit gehabt. Und das sind für mich persönlich bei diesen Geräten sinnvollere Dinge als diese Marketing-Sheets, weil kein Mensch möchte Marketing-Yadi-Yadi hören. Kein Endkunde möchte Marketing-Yadi-Yadi hören. Das möchte der, der, äh, Manager aus dem lokalen Vertrieb möchte das hören, aber ein Endkunde interessiert das Firmen-Yadi-Yadi, was da hinten drauf steht, interessiert das nicht. Und das wird ihn auch nicht dazu, äh, verleiten, das zu kaufen. Willst du immer mal einen Kunden haben, der genau darauf achtet und sagt so, ja, aber die hier ist noch, 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 keine Ahnung, 500 Megabyte pro Sekunde schneller, in der Theorie, äh, aber, äh, da gebe ich dir recht, bei den, bei den, bei den Ladezeiten gibt es auch immer sehr, sehr schöne Videos, äh, die, ähm, die solche Produkte miteinander vergleichen, ne? Verschiedene SSDs, verschiedene, äh, Grafikkarten etc., ne? Dass man halt irgendwie genauso schön sieht, das Spiel auf dem gleichen Computer läuft, mit den verschiedenen Dingern halt, äh, mit so viel FPS, weil im Endeffekt geht es ja genau dann darum. Und dann, und dann, und dann wird das ja Art Absurdum geführt oder es wird dann auf die Spitze getrieben, dass dann halt, äh, dass dann halt auch noch geschaut wird, hm, was ist denn, wenn ich schnellere Arbeitsspeicher habe und wo ist da, wo ist da die, der Break-Even, wo ist dann, wo ist da so der, der Punkt, bei dem man halt viel, den, 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 den schnellsten möglichen Speicher, äh, den man auch noch bezahlen kann, bekommt, um, um da hinten hinzukommen. Und, und ganz ehrlich, diese superschnellen NVMe's, das ist eine supergeile Entwicklung und, äh, da geht die Reise natürlich auch hin, aber für die Normalsterbchen, äh, ist das, ist das jetzt nicht so spannend, das Thema. Gerade wenn jetzt so eine SSD oder so eine NVMe halt dann nochmal deutlich teurer ist, ne? Später haben wir das alle und jetzt haben das halt nur die Enthusiasten, ne? Und die wiederum, die kriegst du natürlich dann auch damit, auch mit so einem Vergleich. Also, auch wenn ich dafür jetzt Geld gekriegt hab, aber die hab ich echt gefühlt, Alter. Die hab ich wirklich gefühlt. Also, sowohl da drüben als auch hier hab ich die wirklich gefühlt. Also, ich hab, echt hab die eingebaut, ich hab mir ein Loch in den Arsch gefreut. Das, äh, hab ich echt, also, fand ich geil. Aber ich bin auch Enthusiast, das gehört ja noch dazu. Klar, natürlich. Ja. Also, also, was, was so dieses, äh, was so diese, diese Benchmark-Geilheit angeht, das hab ich, das hab ich bei meinen Upgrades auch nicht gemacht. Das hab ich kategorisch abgelehnt. Ja, und wie viel hast du denn jetzt hier und wie viel hast du denn in dem, Mensch, Max? Da hab ich auch gesagt, das interessiert mich gar nicht. Na, ich will gucken, wie viel Performance wir jetzt hier in dem PC haben. Ich will meine Lasttests machen, um zu gucken, ob das Ding zu heiß wird. Und, äh, gerade bei den neuen Ryzons, die wurden halt wärmer. Dann hast du ja natürlich auch deine Gedanken dazu gemacht, so, und Christian haut auch schnell mit, nee, nee, AMD sagt schon, das passt. Ne, weil halt eben schön hochgetaktet wird, damit man eben diese schönen, äh, die schöne Performance halt irgendwie sieht. Und, ähm, und dann war gut. Dann war gut. Ja. Ne, also da muss ich jetzt für mich sagen, ich, ich quetsche nicht das letzte Quäntchen, äh, Performance halt irgendwie raus, aber man könnte, ne, so die Richtung mit dabei. Schönes Ding. Das war beim, beim, äh, Ripper war das so schön. Mit der Wasserkühlung. Boah, Mager, das war einfach, Alter, eine Maschine. Junge, 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 Junge. Da war, äh, war Ray noch da? Ray Noir heißt er, äh, und der hat da mit mir das Ding obergeklokt und, Alter, für weiter, das war einfach, das war der, der war so, also was manche Leute wirklich, das ist, glaube ich, bei denen auch mehr so ein Kink und ein Hobby, aber was die da rausholen, das ist einfach geistesgestört. Also der hat den, was der aus dem Ripper da rausgeholt hat, war einfach geistesgestört. Und was stabil lief und einfach, es war urig kalt. Also das Ding hatte so viel mehr Leistung und lief so hart an der Kotzgrenze, also wenn du, wenn du, wenn du, glaube ich, das normal verbaut hättest und der lief und lief und lief und lief und dann hast du Windows, also man merkt, ich habe das ja jetzt umgebaut, jetzt habe ich Luft, also man merkt den Unterschied schon ab und an mal, im Gegensatz zu vorher. Boah, also manche Menschen, also glaube ich, das sind auch die Boys, die dann mit dem, mit dem Benchmark rumtouren. Also was die im Beers für Viertel-Liege-Kräfte haben, ist abgefahren. Also mein Jam ist es nicht, bin ich ganz ehrlich. Also auch was die aus der Arbeit speichern und Grafikkarten rausholen und Köpfen und was da alles so passiert, einfach innen sehen. Also ich bin, ich bin davon weggegangen und ich bin mittlerweile so, okay, ich lade mal so mein X&P Profil, weißt du, und dann mache ich mal den Standard, den Standard Boost, mache ich mal an, weißt du, und dann bin ich einfach mal ordentlich megaherzhaft, wenn ich die brauche, weißt du, und dann gehe ich in Windows und mache Full Power an und dann ist das für mich gegessen. Ja. Also das, was halt jeder so der Standardanwender macht, so, das reicht aber dann auch. Ja, das reicht ja dann auch noch im Normalfall. Gerade, gerade auch, weil du, weil du mit den, mit den normalen, also nach meinem, nach meinem Geschmack kannst du mit den normalen, äh, Overclocking-Methoden oder den, den Möglichkeiten dir schon ein bisschen mehr Performance rausholen, aber am, am Ende des Tages kommt halt bei einem Spiel nicht deutlich mehr an. Es wird Unterschiede geben. Du wirst, du wirst Systeme haben, auch ältere Systeme, wo du durch Overclocking richtig, richtig Performance rausholen kannst, aber gerade bei den neuen Ryzen's, ähm, ist da in der Regel nicht so viel drin. Es gab jetzt aber auch wieder vom Bauer ein sehr schönes Video, was ich mir noch nicht angeguckt habe, zum, zum Thema der große Overclocking-Guide für Ryzen 5000er-Serie, ja. Das muss ich mir auch noch mal angucken, was da, was da noch so drin steckt und drin steht. Naja. Ja, aber das stimmt schon, da kann man, kann man echt noch eine Menge machen. Da kann man echt noch eine Menge machen. Ja, das ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, ob das so, bei mir hat das einfach irgendwann, ich habe vorher so viele Sachen gemacht, ne, also wirklich so exorbitant viele. Ob es Home Assistant ist, Smart Home, mit Pies rumgespielt, Overclocken, PCs hin und her bauen, richtig fette Setups bauen, diese Hardware, diese und das. Aber irgendwann, musst du halt einfach feststellen, glaube ich, es ist schön, dass man überall mal seinen Pimmel reingesteckt hat, aber manchmal ist es auch schön, wenn man mal mit seinem Pimmel bei einer Sache bleibt. Klingt jetzt ein bisschen übertrieben, Entschuldigung, es fällt mir jetzt gerade so ein, Twitch gibt es Germany, haha, Peniswitze. Aber für mich ist halt, ich habe wirklich ganz viele Dinge einfach weggenommen und bin da geblieben, was ich am besten kann und fummel auch gar nicht mehr so viel rum. Also gerade so, wie, ja, wie, wie, den Stress, den man sich dadurch erspart, diese Zeit, die du dir einfach dann schenkst und einfach Sachen machst, auf die du Spaß machst, ist halt gefühlt mehr wert als das bisschen mehr Performance oder das letzte Quäntchen Energie, was man da rauszieht. Für mich, für andere Enthusiasten, die da Bock drauf haben, die letzten zwei Prozent rauszuquetschen und da auch stundenlang in BIOS Einstellungen machen, fühle ich auch, aber ist nicht meine Welt, habe ich nicht so Bock drauf. ist wie Windows reparieren, weil ja Windows neu installieren ist einfach viel einfacher oder Backups machen oder sowas. Ist einfacher Windows neu installieren. Also zumindest das, was ich kreiert habe. Bei anderen Leuten geht das nicht, weil die haben ein bisschen mehr auf dem Computer. So, aber bei mir, fick die Henne, Alter, ich google gar nicht mehr. Windows halb Problem, Windows runter, neu, fertig. Und so, ich finde das richtig krass, dass je, also ich weiß nicht, ob das irgendwie in dem Alter liegt oder so, aber je älter du wirst, desto mehr cuttest du Sachen weg, dass du einfach nur Zeit hast für dich und für die Dinge, die für dich jetzt in dem Moment wichtig sind. So, also irgendwie ein Home Assistant rumfüllen oder so. Das Ding ist halt, dann denke ich mir immer, ey, dann kann ich auch meinen Kumpel anrufen und schicke dem eine Tafel Schokolade und sage, du kannst du mir bitte vielleicht mal helfen, weil der macht's in zwei Minuten und ich mach's in vier Stunden. So, also kriegst du halt eine Tafel Schokolade, mach das in zwei und dann ist es weniger Stress. Also, wenn wirklich mal was sein sollte, also. Ja, klar, klar, klar. Und es lebt sich so schön. Ich verspüre gerade irgendwie den Drang, mich hier wieder um meine Kabelscheiße zu kümmern. Ja, dann mach das doch. Oder in den Keller zu gehen und da mal die erste Kiste auszusortieren. Ja, mach doch. Kannst du nachher noch machen. Ja, ich hab gleich noch was zu tun. Aber ja, dieser Talk ist irgendwie, hat eine belebende Wirkung auf gewisse Aspekte meines oder unseres bisherigen Seins. Ich find das mega geil. Ich sag dir das so, wie es ist. Also, wir können ja uns wirklich über alle Sachen unterhalten, so alles, was mit der Hardware zu tun hat. Aber was sich durch diesen Talk für mich schon in meinem Kopf verändert hat, ist einfach, also, es ist ja auch, wir können's ja auch Reflektieren-Cast nennen. Aber es ist einfach nur geil so. Jetzt denkst du halt, du denkst auch genauso wie ich gerade daran, einfach das Lager endlich mal vernünftig aufzuräumen. Alles, was du nicht brauchst, kannst du weggeben, kannst du aussortieren, kannst du hierhin machen, zum Recycling hochbringen oder was auch immer. Das ist halt einfach großartig. Ich hab noch eine Frage an dich. Ja, mach mal. Das hat jetzt nichts mit Kabel und nichts mit Aufräumen und nichts damit zu tun. Aber, Thema, Thema, Beleuchtung. Ich seh ja, dass du bei dir da diese, diese, diese Lightstrips hast, die komplett, ich sag mal, die Ecken, ausleuchten. Und du hattest mir mal erzählt, dass du oben auch noch weitere Beleuchtungen hast, die da so Gas geben. Oh, also hier? Irgendwie sowas hab ich da noch so im Kopf. Ich hab nur, ich hab nur hier vorne noch zwei, zwei Keylights. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt meine Kameraposition hier so lasse, wie sie so ist. Oder ob ich die Kamera nochmal, also die ist jetzt ja quasi auf einer, also die ist quasi auf der Ecke von einem Monitor, also von dem Hauptmonitor. Also ich gucke hier quasi so geradeaus drauf. Und die ist jetzt auf der Geschichte. Und ich weiß noch nicht, ob ich das nicht nochmal ändere, dass das von der Position wäre, weil dann würde man viel, viel mehr hier in so eine etwas dekorativere Ecke gucken. Allerdings auch mit einem Teil von diesem Balkonding. Ja. So, und ich finde diese Tür im Hintergrund nicht so ganz so geil. Und das muss, das möchte ich nochmal ausprobieren. Und das Ding ist jetzt, ich weiß noch nicht, wie ich das am besten farbig beleuchten kann. Ich möchte hier auch wieder meine, meine, meine violette, violettblaue, violettblau ins rötliche gehende Beleuchtung halt irgendwie haben. Natürlich ansteuerbar, natürlich smart. Das muss nicht unbedingt kompatibel mit einem Twitch-Chat sein, so, dass das gesteuert werden kann oder alertig mäßig sein kann oder sowas. Aber da bin ich noch nicht ganz sicher, was für mich sinnvoller ist. Ob das dann so Spots werden, die dann richtig mit Power ausleuchten. Was ich nicht haben möchte, weiß ich nämlich auch schon genau. Das, was ich bei dir nämlich sehe, dass man diese einzelnen LEDs sehen kann, da ist ja bei dir wahrscheinlich nur so ein Diffuser noch vor, das möchte ich zum Beispiel nicht, das fühle ich bei mir nicht so. Bei dir sieht das cool aus, keine Frage, aber das ist etwas, was ich nicht haben möchte bei mir. Und da weiß ich noch nicht, was ich am besten nehme oder auf was für ein System man da geht. Ob ich da mal jemanden von einem mal frage, der bei einer dieser Firmen arbeitet, die solche Sachen haben oder ob ich da selber ein bisschen rumexperimentiere. Da bin ich noch nicht ganz sicher. Also ich glaube, ich würde fast sagen und so aus meiner eigenen Erfahrung, Philips Hue ist ganz nett, aber das tut nicht das, was du gerne hättest, weil es ballert nicht so viel Licht. Weil wenn du dir jetzt überlegst, das sind zwei Meter, vier Meter, sechs Meter, acht Meter, zehn Meter, zehn Meter LED-Stripe. So, und zehn Meter, also in der Kamera sieht es gut aus und es sieht auch hier drin sehr schön aus, aber wenn du Spot-on haben willst, glaube ich, wäre es am besten, also nicht mit einer Traverse, aber sowas wie Theaterlicht. Also es gibt auch abgespecktere Versionen davon, die sind dann aber nicht unbedingt smart, aber da kommt halt genug Dunst raus. Weil Philips Hue, wie gesagt, ist alles ganz nett und ist alles ganz schön, aber du darfst halt nicht vergessen, wenn du von vorne nochmal anleuchtest, verliert das da hinten die Wirkung. Ja, das ist so das Problem, dass die eigentliche Leuchtkraft bei solchen typischen LED-Stripes, die ist zwar da, aber sobald du wieder noch weißes Licht nach vorne drauf ballerst, dann... Ansonsten müsstest du mal, glaube ich, was ich auch... Das ist so ein Ding, das will ich auch unbedingt machen. Also, ich möchte gerne so ein Licht haben, wie Sascha hat. weil ich feiere und fühle das schon seit Jahren. Der hat so richtig schöne Leisten und die sind programmierbar und die machen richtig Fasching und Funny und dies, das, ananas, aber ich will mich da nicht reinwuseln, sonst hätte ich das... Also wirklich ohne Scheiß, ich würde den ganzen Kack, würde ich hier alles rausnehmen und in der Wohnung verteilen und dann würde ich mir die ganze Decke, würde ich mir vollrammeln mit den Dingern, weil die so geil sind. Aber ich habe davon leider keine Ahnung und ich habe auch mich damit noch nie wirklich beschäftigt. Aber das wäre vielleicht auch noch eine Option? Ja, weil dann bist du ja sofort mit in diesem Lichtmaschine-Style mit diesem, wie heißt der, DBX-Anschluss, glaube ich. Ja, ich glaube DBX, ja. Da will ich auf gar keinen Fall hin. Was ich bei Sascha cool fand, war, der hatte diese längeren Bänke, die, glaube ich, am Anfang auch auf dem Boden standen. Ich weiß nicht, ob ich sie mittlerweile an der Wand hängen. Genau, die meine ich. Die meine ich ja. Die sind krass, die kosten auch gar nicht so viel Geld, irgendwie knapp über ein Hunderter oder so, also je nachdem, es gibt es ja verschiedene Größenordnungen. Die fand ich auch sehr, sehr krass, ja. Die machen auch sehr viel Licht. Ja. Ansonsten, ey, ansonsten kannst du dir wirklich, und das ist vielleicht eine Option, aber kauf dir halt in irgendeinem Möbelhaus eine Lampe und schraub da eine Hue rein und dann Feuer. Weil du wirst auf, auf kurz oder lang wirst du feststellen, dass du einfach so unfassbar fucking viel Licht brauchst, um eine Stimmung herzustellen. Weil ganz ehrlich, ein Stripe, das Rot ist gar nicht da. Das macht gar nichts, ja. Ich hab von Elgato diesen Lightstripe, also den RGB. Ja. Und der ist eigentlich dafür, glaube ich, mal rausgebracht worden oder gedacht worden, hey, den klebst du dir einfach hinter deinen Schreibtisch und dann hast du ein bisschen indirekte Beleuchtung und kannst ein bisschen einstellen. Und das ist auch alles cool, aber wenn du das dann auf der Kamera auch noch sehen willst, dann brauchst du wahrscheinlich gefühlt erst mal zehn von diesen Extensions, damit das Licht auch wirklich so rüberkommt, wie es rüberkommen soll. Das ist jetzt kein Hate. Ich finde die Dinger wirklich cool und du kannst sie auch adressieren, aber die sind halt verhältnismäßig teuer. Das Problem ist halt nicht, dass sie nicht das Licht machen. Das Problem ist halt immer, dass A erst mal Gegenlicht da ist und das Licht gefressen wird. So, und wie gesagt, das da hinten, das kostet halt einfach, um mal das in Relation zu setzen, das sind einfach 600 Euro LED-Stripes. Das ist eine Ansage, ne? Nur damit der Raum jetzt gerade rot ist. So, und das kannst du halt, am Ende des Tages wirst du halt feststellen, dass das halt einfach teuer wie Sau ist, weil die Kamera muss das Licht erstmal einfangen, also muss das einfangen, die Farbe einfangen, dann willst du das selber ja irgendwann nochmal hier drinnen sehen und also du willst ja auch nicht immer deine Kamera so machen, deswegen willst du dich ja rausstanzen und willst das dann irgendwie so machen, damit man dich auch sieht und du das rausstichst und dann kostet das halt echt scheiße viel Geld. Also was ich auch schön finde, ist, wenn du noch einen Spot von hinten auf dich drauf hast, dass du noch so eine richtig schöne Kontur um dich rum hast, so eine Lichtkontur, sag ich jetzt mal, noch so ein Spotlight von hinten drauf. Finde ich auch super geil, hat auch einen schönen Effekt mit dabei, aber klar, du musst dann wieder aufpassen, dass du wieder kein Gegenlicht mit der Linse hast und kein Lens-Flair-Effekt oder so im schlimmsten Fall. Also ich sag mal so, auch vor allen Dingen die Spots, unter anderem jetzt auch von Elgato, hätte ich dafür alle da, das wäre nicht so das Riesenproblem, was so das weiße und leicht gelbliche Licht angeht, aber was so die farbigen Lichter so angeht, da habe ich immer so ein bisschen rum experimentiert. Also hier unter der Decke habe ich hier so günstige China-Spots hängen, die auch smart sind mit ihrer eigenen App, aber die sind auf keinen Fall ansteuerbar, die kann ich zwar einmal programmieren und die swipen dann so ein bisschen durch, aber das Licht, was du da jetzt siehst, was sich so ein bisschen da so bricht, das ist heute mal nur testweise zu wenig. Ja, es ist auf jeden Fall zu wenig, ja. Ja, wie gesagt, Marja, du musst halt, also wenn du das machen möchtest, musst du da halt richtig viel reinzimmern oder du holst dir Theaterlicht so. Also weil Theaterlicht hat halt so unfassbar viel Lumen, da denkst du, guck so eine scheiß Sonne rein. Weil ansonsten ist es wirklich, also es ist Menge. Es ist Menge, also bei den DBX, die Sascha jetzt hat zum Beispiel, Marja, weißt du wie viel, der von den Dingern im Raum hat, der hatte nur in seinem alten Büro, wenn ich mich richtig erinnere, acht Sonne Leisten drin. So, und du guckst dir, du guckst dir das natürlich immer an und denkst so, boah, Alter, das ist ja eine richtig geile Lichtstimmung. Wow. In Berlin zum Beispiel, genau dasselbe. Ich mir, ich mir hinten, äh, in mein Fenster so eine Leiste reingebaut und denke mir so, na, das reicht ja, Alter, das ist ja mega geil. Ich mach das an, ha, nee, das ist doch nicht so geil. Noch eine unten runtergezogen hat. War das in dem Rundbogen, den du mit dem Greenscreen da gemacht hast? Ja, genau. Und irgendwann hab ich da so viel Licht drin gehabt, dass einfach, dass man das auch mal gesehen hat. Was ich mir halt auch schon immer, immer gewünscht habe, äh, ist das hier zum Beispiel, hier an der Seite stehen ja auch vorne noch Lampen, ne, also Hue auf dem Tisch, dass man das zum Beispiel auch im Gesicht sehen würde. Aber du, wenn du einmal in einem, in einem, äh, in einem, äh, Studio drin warst, also in einem richtigen Fernsehstudio und dir mal die Traverse anguckst, weißt du, dass das für deinen Privatgebrauch mit Philips Hue Lampen never ever, mhm, du brauchst so viel. Du meinst jetzt, die Spots, die dich dann seitlich beleuchten, dass man hier so, wie so eine blaue Seite hier hat und so eine, so eine violette-rote Seite auf der Seite. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall eine schöne Stimmung und das kriegt man auch ganz gut hin, wenn man, wenn man entweder nah genug dran ist oder dich so hell anleuchtet und dann hast du wieder das nächste Problem, wenn du dich dann wieder so krass anleuchtest, so, ne, willst du das den ganzen Abend machen? Willst du eine Sonnenbrille aufsetzen, wobei es cool aussieht? Ja, ja, also, hier geht's halt mittlerweile, dadurch, die Elgathos sind relativ zahm für die Augen, finde ich, weil, also, die gehen ja direkt auf mich drauf, so, aber dann hast du halt nachher auch wieder das Problem, ja, scheiße, was ist denn jetzt mit deiner Bildqualität? So, willst du ISO fucking 400 streamen, 500, 600, das rauscht immer mehr, sieht auch scheiße aus, also, es ist halt einfach nur ein totaler Abfuck und wenn du halt wirklich so in ein Studio mal reingehst, was da ab Phase ist mit Licht, ey, da schwitzt du halt dir, da schwitzt du dich tot, weil da, du guckst in die Sonne. Ich hab jetzt quasi ein großes Keylight, das leuchtet nur meine, die Wand vor mir an, die ist aber auch noch ein bisschen entfernt, so, ne, die ist, warte mal, wir machen mal beides eben aus, so, ich bin, ich bin auf einer, ich bin auf einer ISO von 400, auf der Sony mit dem, wie heißt das, mit dem typischen Objektiv, ich konnte mir noch nie merken, wie das ist. Ging mal 16 mm 1.4. Genau, so, wenn ich jetzt, wenn ich das mal, mein Main Keylight einschalte, so, das, das bin ich jetzt schon so hier, finde ich schon gut, finde ich schon gut, ist entspannt, ne, ich bin nicht zu, zu hell, sowas mit dabei. Ich hab dann noch ein kleines Keylight, also, dieses, das Keylight Air nennt sich das, und das schalte ich noch dazu, damit ich, damit ich hier noch so, diesen Akzent hab, und jetzt das Problem, der ist zu, direkt hinter der Cam, der muss noch weiter von der Seite kommen, so, damit, damit es mehr so, nur so eine Seite des Lichts, des Gesichts ein bisschen beleuchtet wird, so, und da hab ich schon ein bisschen mit rumgespielt, und das ist alles cool, ich bin noch nicht dazu gekommen, das mal einzurichten, und dann hatten wir mal über diese Traversen gesprochen, und hey, mach doch mal, und also, also nicht mach doch mal, sondern hey, wie wäre es denn, wenn man, wenn man einfach nur an den Tisch zwei Traversen nach oben geht, ein U baut, ja, und da hängt man alles dran, dann hast du nicht tausend Aufnahmen, sondern da hängt dann deine Kamera dran, deine Monitore, deine Beleuchtung, und du kannst alles verschieben und machen und tun und so, und, ähm, das werde ich bei mir nicht machen, das Prinzip finde ich super, super geil, äh, aber auch ein bisschen zu starr für meinen Anwendungsfall, so, ich bin dann doch jemand, der dann, möchte dann ab und zu mal seine Monitore doch weiter weg machen, oder anders aufbauen und so, und da, da sehe ich mich nicht mit so einer festen Traverse arbeiten, aber die Idee finde ich super geil, so, und, ähm, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte war, weiß ich gar nicht mehr, äh, war eigentlich so, das Thema Beleuchtung ist halt auch so unfassbar tief, und, äh, Menschen, Menschen machen Ausbildung, damit sie halt wissen, wie sie Fotos machen, Belichtung machen, äh, äh, Filme und so weiter machen, und das, was ich da angekratzt habe, das ist so wenig, und mir haben schon Leute ein bisschen geholfen, vor ein paar Jahren mal, äh, in dem Thema, ich habe selber viel ausprobiert, wenn ich wüsste, wenn du sehen würdest, wenn du sehen würdest, was meine ersten, nicht Softboxen Dinger waren, die meine, mein Greenscreen hinter mir beleuchtet haben, den ich ja jetzt nicht mehr benutze, da würdest du, äh, du kennst ja diese kleinen, LED-Strahler, mit denen man so seinen, seinen Hof beleuchtet, so, die sind oft so groß, die haben, weiß ich nicht, na, 15 Watt oder irgendwie sowas in der Richtung, ne, die habe ich am Anfang gehabt, einen links auf dem Monitor, einen rechts auf dem Monitor, den Haken da hinten so leicht abgewinkelt, dass man das da draufsetzen kann, und die hinken so wackelig auf den Monitoren drauf, und ich habe gedacht, mir flammt jetzt gleich die Netzhaut ab, weil die einfach so unfassbar hell waren, dann habe ich da, dann habe ich da so Folie vorgemacht, so Edgefolie nannte sich die früher bei uns in der Werbetechnik, also solche so, so eine, ja, so ein, wie heißt es noch gleich, um das ein bisschen zu diffusen, und da habe ich irgendwie ein Layer, zwei Layer, drei Layer, vier Layer, fünf Layer da vorne gemacht, bis ich mal irgendwann auf den Trichter gekommen bin, es macht viel mehr Sinn, dass man die so in so einer Wölbung macht, dann hast du ein viel schöneres, diffuses Licht, so, ne, alles wieder abgemacht, länger abgeschnitten, so eine schöne Wölbung davor gemacht, hat schon echt gut funktioniert, und dann bin ich irgendwann auf den Trichter gekommen, du willst unbedingt ein Greenscreen benutzen, und dann habe ich mir die großen gekauft, das sind solche Ballermänner, die haben dann 50 Watt als LED, und wenn du da reinguckst, bist du blind, und die habe ich dann mit solchen Teleskop-Armen von der Decke angebracht, die habe ich immer noch, da habe ich auch eine Zeile immer noch benutzt, die sind super, die Teile, und habe die so angebracht, hab ich dir empfohlen, du mir oder ich dir? Ich dir. Anyway, danke. Ist egal, ist okay. Und dann die so aufgangen, dass die so gerade eben aus meinem peripheren Sichtfeld so verschwinden, dass die aber von der Seite, die quasi alles anleuchten kann, dass du keine Schatten hast und so weiter, und alter Schwede, waren die Scheißteile hell. Wenn du aufgestanden bist, musst du kurz auf die Toilette und hast da reingeguckt, dann hast du fünf Minuten und so einen weißen Punkt gesehen. Meine Firma. Also, ja, ich sehe es gerade, die 50 Watt-Dinge haben wir in der Firma als Parkplatzbeleuchtung. Ja, gut, also Jim hat auch seinen Parkplatz beleuchtet, den Sitzplatz. Absolut, ja. Das war schon krass. So, und mit wie viel weniger, mit wie viel weniger Licht jetzt hier quasi, klar, ich habe keinen Greenscreen zu beleuchten, aber mit wie viel weniger Licht ich mich jetzt hier mittlerweile beleuchte, und ich finde, das Bild sieht schon gut aus, und da ist noch eine Menge Luft nach oben. Das finde ich schon sehr krass. Und ich fühle das auch, dass du sagst, hier noch ein bisschen farbige, ein bisschen blau, ein bisschen rot von der einen oder anderen Seite so, das fände ich auch schon ganz cool. Und das muss ja auch nicht immer an sein, weißt du, so stimmungsbeleuchtungsmäßig so. Wenn man in so eine bestimmte Stimmung geht, dann machst du halt eben so das Cop-Light an, weißt du, finde ich schon gut. Finde ich schon echt gut. Aber was ich an deiner Stelle machen würde, ich würde das Main-Light, würde ich umdrehen. Ich würde es umdrehen und ja genau, auf dich richten, aber an dir vorbei, und dann stellst du es einfach ein bisschen runter, stellst du es ein bisschen runter, weil dadurch, dass du es an die Wand machst, hast du zu viel weiße Reflexion, in den Raum rein. Das erzeugt zu viel Licht. Weil das siehst du bei mir zum Beispiel, siehst du das gar nicht. Also mein Raum ist wirklich dunkel. So, ja eben, genau. Und das kommt nur, weil du das an die Wand machst. Wenn du es umdrehst und lässt es auf, keine Ahnung, 15 Prozent laufen, kommt es besser. So und dieses Licht hier ist komplett weiß, also so von der Farbtemperatur so weiß, wie es irgendwie geht, aber nur 15 Prozent. Da kann ich eine Stunde lang reingucken, ohne, dass mir die Augen wehtun. Ja, dann drehst du es mal um, dann machst du es auf 5 Prozent und dann macht das Licht mal ein bisschen wärmer. Nee, 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 das Keylight Air strahlt mich ja jetzt direkt an. Ja, genau. Das ist nicht die Wand. Ja. Ja, aber jetzt siehst du ja den Unterschied, dass hinten zum Beispiel, das reicht doch völlig zu. Aber ich will halt nicht, ich will halt nicht 50 Prozent mich anleuchten, weißt du? Das ist mir zu hell. Ja, der macht doch weniger. Das ist viel zu hell. So, und dann sind wir hier ungefähr, dann gehen wir mal so ein bisschen in den, keine Ahnung, 5000, 5000er-Bereich so. Ja, jetzt siehst du es schon 10 Mal besser. Jetzt kannst du noch weniger machen. Ja, das ist am Ende des Tages, aber dann auch viel Geschmackssache, was man haben möchte. Ich wollte ja damals unbedingt so diesen Effekt halt auch haben, weißt du? So vielleicht ein bisschen so, dass man, also jetzt bin ich natürlich zu gelb, aber dass man im Hintergrund, dass man den Hintergrund auch wieder sehen kann. Wenn du den Hintergrund nicht sehen willst oder möchtest du ihn farbig beleuchten, bin ich ganz deiner Meinung. Aber das war ja, das war ja dann auch Absicht, in Anführungszeichen. Ja. So. Kannst du aber weit, weitaus weniger machen. Also kannst du wirklich mal Power rausnehmen. Ja, und jetzt kannst du natürlich auch hingehen und kannst die ISO auch weiter runterstellen. Eine Zeit lang habe ich hier auch mit der 100er ISO oder sowas gearbeitet. Jetzt sind wir bei ISO von 250 so, oder? Das Schöne ist ja, die Kamera kann das ja. Man muss halt nur damit umspielen. Man muss halt ein bisschen experimentieren, ne? Ja, aber also, guck mal, ist doch super jetzt. Hast du schön Purple Room und dann hast du noch ein, zwei andere Lampen und dann läuft auch der Lachs. Mhm. Ich weiß nicht, meinst du vielleicht noch ein bisschen, ich mag lieber, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen wärmeres Licht. Also ganz, ganz kalte Kamera. Also hier sind sie auch kalt, aber so ganz kalt. Kannst du ja auch mit Weißabgleich machen, geht ja auch, aber. Ja, zum Beispiel. Ist doch gar nicht so verkehrt. Machst du ein bisschen, ein bisschen kälter. So bin ich Mr. Crab, man. Das geht gar nicht. Ja, du musst halt ein bisschen rumfitteln, so. Mhm, ja. Aber siehst du ja, guck mal, du machst den, du machst den anderen, machst du aus und dein ganzer Raum ist auf einmal Purple, so. Cool. Und wenn du jetzt noch mehr willst, dann kannst du, brauchst du halt nicht unbedingt gleich studiolicht kaufen, so. Bei mir, naja, ich wollte das halt richtig übertreiben, wie immer. Klar, wie immer. Ich hab auch, ich bin auch gerade schon auf dem Trichter, ich will, dass meine Bilder, dass man die sehen kann. Ich bin gerade so am überlegen, mir Spots an der Decke zu machen, dass man meine Bilder hinten beleuchtet, dass man nur die Bilder sehen kann, was da drauf ist, weil man sieht es jetzt gerade nicht. Ich bin auch schon wieder so am Rumfitteln. Ja, die beiden. Du meinst die beiden, ja, okay, okay. Ja, gut, die gehen natürlich ziemlich unter, ne, ist schon klar. Ja, bin ich auch schon am Viddeln. Und ich muss das hier in der Mitte muss ich auch mal wegmachen. Das ist die Sie-Logo? Ne, ich hab ja mein Logo ja mittlerweile gewechselt. Okay. Das ist ja mein altes noch. Die Bay Pirates? Ja. Das musst du ja, das musst du auch mal wieder. Also ich bin auch schon wieder am überlegen, was ich gerade mache. Ein bisschen. Nach einem Jahr kann man auch mal Tapetenwechsel machen, ne, im Büro. Vorhin habe ich eine Sache aus dem Chat absichtlich überlesen, wie das bei dir mit dem 3D-Druck aussieht, weil mein Chat geht mir auch hart auf die Eier. Ja, du brauchst einen 3D-Drucker. Und letztens hatte ich noch jemanden aus der 3D-Druck-Community in meinem Channel, der auch bei einem anderen Kollegen von mir da immer mit Rat und Tat zur Seite steht und so weiter. Und selbst die Person hat mir bestätigt, Alex, du brauchst keinen 3D-Drucker. Du kennst so viele Leute. Wenn du Bedarf hast, kannst du bei denen was drucken lassen. Du brauchst selber keinen. Ja, ist bei mir auch so. Ich würde es hart feiern, bin ich ganz ehrlich. Aber wenn ich wirklich, wirklich ganz dringend was brauche, kann ich mir das bei irgendwem drucken lassen. Das wäre halt wieder so, das ist das, was ich vorhin sagte, das wäre halt wieder so ein Hobby, wo du sagst, ja, hast du Bock drauf, aber eigentlich bringt es dir nur Stress. Eigentlich würde es dir nur Stress bringen. Ja. Ja. Und deswegen, Also bei mir gibt es auch keinen 3D-Drucker. Nein. Was ist aus der Idee geworden, unten eine Werkstatt einzurichten? Steht das noch? Hab ich. Unabhängig vom 3D-Druck? Ich habe eine Werkstatt. Ich habe, glücklicherweise habe ich hier einfach unfassbar geile Nachbarn, weil mein Nachbar hat jetzt seine Garage zu einer Werkstatt umgebaut, die ich auch nutzen kann und ich habe meine Garage zum Fitnessstudio umgebaut und jetzt haben wir Schlüssel getauscht und ich habe jetzt eine Werkstatt und ich habe ein Fitnessstudio. Du kennst den Doomslayer gar nicht, ne? Nee. Ich schicke dir gleich mal eben kurz was. Oder anders gesagt, kannst du einmal ganz kurz meinen Stream eben aufmachen, dann kann ich das eben hier auf meinem Screen einmal kurz zeigen, weil das wird jetzt einfacher sein, als dir die Sachen zu schicken. Weil dann kann man das bei mir auch gerade sehen, sorry. By the way, ist 3D-Drucken kein Plastikmüll erzeugen? Also das ist, leider Gottes, muss ich sagen, eine sehr unschöne und relativ dumme Aussage. Natürlich ist es Plastik, aber Müll ist es nicht. Okay, ja, den Doomslayer? Jetzt stell dir vor, du bist jemand, der sich die Collectors Edition gekauft hat und hat den Helm aus der Collectors Edition, ja? Ja. Und jetzt stell dir vor, dir kommt so in den Sinn so von wegen so, ja, ich könnte mir auch den Rest von dem Anzug drucken. Und dann bringst du dir das bei, wie das geht. Oh wow, das hat sich jemand drucken lassen? Selber gedruckt. Und hat dafür 13 Monate gebraucht. Das ist crazy, oder? Und wegen, und unterhalb, also und auch wegen diesem, wegen genau diesem Objekt hier, äh, geht man mir jetzt auf die Eier von wegen so, ja, wir brauchen das auch, du musst das auch machen und so. Nein, ich muss es nicht. Das ist der Grund, warum wir einen 3D-Drucker brauchen. Ist das crazy? Also bei mir ist mehr so, äh, bei mir ist mehr so, der 3D-Drucker, so ein Anwendungsfall von, ey, ich brauche unbedingt ein Teil, was in meiner Größe ist. Also zum Beispiel, ich brauche gerade neue, äh, neue Halterungen für, die, äh, der vom ModMic, weil ich habe meins da drüben mit Kleber angeklebt, äh, äh, und mein Mikrofon ist jetzt dadurch, dass es eingeklebt ist, sehr weit weg von meinem Mund und klingt dann dementsprechend auch nicht so gut. Also das müsste ich mir mal drucken, was für solche Fälle halt. So, also 3D, aber das ist am Ende, weißt du, das Ding kostet dich eins, äh, keine Ahnung, 100 Euro oder so und dann rumfüllen und dies, das. Am Ende sage ich, mein Kumpel, hier, das ist von Thingiverse, kannst du das drucken, geil, Schiss. Ich kann es ein bisschen angeben, ist bestimmt ein Prusa, ne, ein Prusa-Drucker, weißt du? Ja, ich kenne alles. Ja, Prusa kenne ich auch, habe ich mir auch angeguckt, aber am Ende so, meh. Meh. Ich glaube, Darkside Vaping, ich möchte das kurz mal aufgreifen, wenn ich mir so anschaue, was die Leute so drucken, wird nach meinem Empfinden mehr Müll produziert als was Brauchbares. Da täuscht dich wirklich sehr gewaltig. Also in der 3D-Drucker-Community, Brudi, da sind Sachen, ich kann dir mal einen Kanal schicken von einem von einem norwegischen Zimmermann, der baut dir Scheiße aus 3D-Druckern, also das ist einfach insane, der hat sich so ein 10.000 Euro Kameraarm aus 3D-gedruckten Teilen gebaut und ganze Organisationssysteme und also ich meine, nur weil sich jetzt Leute so ein kleines Plastikbötchen drucken, um einen Test zu machen, kommt da ja nicht nur Müll raus. Und am Ende des Tages ist das auch wieder so eine Vorwurfshaltung, weil also die Testobjekte, also sagen wir mal, der Monitor, vor dem du gerade sitzt, der hatte auch etliche Testobjekte, wo noch mehr verschwendet wurde. Und also ich glaube, das ist immer nicht so die richtige Herangehensweise bei einer sehr guten Sache, die der Menschheit wirklich auch was Gutes getan hat, immer alles zu verurteilen, weil hier sind alle Teil des Problems so und dann immer so ist ist klar. Ist klar. Also ich meine, nur weil sich jetzt jemand den Doomslayer 3D gedruckt hat, okay, das ist schon echt krass, okay, das ist wirklich krass, aber ich meine, es ist ja nur auch nicht Verschwendung. In meinem Chat steht gerade, es gibt Filament für einen 3D-Drucker, das wird aus Müll hergestellt. Das gibt's auch, ja. Das gibt's auch, ja. Also hier Plastik-Recycling-Müll und so, das gibt's auch alles, ja. Ja. Heftige Nummer. Du, ganz ehrlich, ich fühle so eine Dinger, also ich persönlich sage es dir so, wie es ist, ich fühle die absolut, ich fühle die absolut und ich habe so viele Menschen gesehen, die sich so unfassbar geile Dinge 3D gedruckt haben und die entworfen haben, die einfach ihr Leben so viel verbessert haben. Also, genau, Alexander, oder Alexander Chappell heißt der, der Norweger. Würde ich dir auch empfehlen, Jim. Also, du bist ja auch so ein bisschen handwerklich, auch unterwegs. Mit dem Kameraarm? Ja. Den hast du mir schon geschickt. Ach so. Sehr krass. Ach so, ja. Im Zuge dieser ganzen DIY-Kanäle, die wir mal uns angeschaut haben. Das ist auf jeden Fall sehr abgefahren. Also, ich meine, das ist natürlich jetzt ein Ausnahmekriterium, klar, also ich denke auch, dass viele, die sich einen 3D-Drucker kaufen, weil sie da Bock drauf haben, die spielen da ein bisschen mit rum und dann steht das Ding halt mehr rum, als dass sie da irgendwas mit hören. Auch klar. Aber das ist jetzt einer, also einer der wenigen, die, also was heißt einer der wenigen, das ist halt ein sehr auffälliger Kanal, der sich halt einen unfassbar großen, normalerweise extrem teuren Kameraarm nachgebaut hat, weil er es kann. Ja. Und hat im Prinzip nur sein Geschick, sein Handwerk, eine Menge Technik und ein paar 3D-Druck, ein paar, also jetzt runtergespielt, ja, quasi angewendet, um sich halt einen großen, fetten Kameraarm zu bauen, mit dem er arbeitet. Also das ist schon, das ist schon dieses andere krass. Und hier dieser DIY-Perk-Channel hat gerade ein Video veröffentlicht, das habe ich noch nicht angeguckt, steht auf meiner Agenda. Da hat sich so ein USB-Mikrofon, so ein empfindliches gebaut. Das wollte ich mir mal angucken, was das ist. Also ich habe es noch nicht gesehen. Don't spoiler. Ich habe es auch noch nicht gesehen. So, und jetzt, also ich meine, die meisten Leute, die sowas haben, also ich glaube, ganz ehrlich jetzt, wenn Menschen, es wird, glaube ich, ein paar geben, es wird natürlich ein paar geben, die bestimmt diese ganze Sache nicht unbedingt sinnvoll nutzen. Aber ich glaube, der Großteil, der sich so ein Gerät anschafft, der druckt sich nicht nur irgendeine Scheiße. Also ich sehe da auch, was willst du damit, also jetzt mal wirklich ernsthaft, was will man für einen sinnlosen Scheiß damit drucken? Gibt es ja eigentlich keinen Sinn. Naja, also, um für mich bei der Wahrnehmung zu bleiben, die ich so jetzt, ich habe mich mit dem Thema nicht wirklich beschäftigt, aber ich habe mir einige Videos angeschaut von Menschen, die selber drucken oder Teil dieser Community sind, gerade auch, weil mein Chat mich da jetzt so heiß gemacht hat und immer wieder drauf gehackt hat. Also man sieht schon, dass natürlich eine Menge Quatsch und Müll produziert wird, dass da immer wieder einfach nur irgendwelche Sachen von Thingiverse oder was auch immer runtergeladen werden, die man ausdruckt und die landen bei irgendwem in ein Regal und irgendwann werden sie weggeschmissen. Da müssen wir nicht drüber reden. Und wiederum, auf der anderen Seite werden so unfassbar viele Sachen damit hergestellt, bei denen du, bei denen du unterm Strich dann halt eine Menge, Menge Material und, und Dinge einsparst, weil du dir halt eben selber einen kleinen Adapter baust, der nicht irgendwo bestellt werden muss, und wo er deutlich teurer wäre, viel mehr Ressourcen verbrennen würde im Sinne von, es werden wieder Pakete hin und her geschickt und so weiter. Ich will das gar nicht rechtfertigen. Also am Ende des Tages, am Ende des Tages hat das immer seine Vor- und Nachteile, seine Schattenseiten und alles andere. Aber ich finde, die Technologie, wo wir jetzt sind, dass man zu Hause mal eben sich Sachen drucken kann, das hat schon sowas von krass Fahrt aufgenommen und was für, Alter, was für ganz verschiedene Filamente und Werkstoffe man jetzt mal eben so herstellen und drucken kann, bis hin zu Häusern und eine ganze Yacht ist gedruckt worden. Crazy. Hat natürlich nichts mehr mit so einem kleinen 3D-Drucker, mit dem man so ein bisschen Plastik drucken kann, zu tun, aber... Es ist ja auch in den größten Teilen mittlerweile auch schon gar kein Plastik mehr. Das Filament wurde ja auch, also entweder aus recycelten Stoffen verwendet oder es hat auch jemand geschrieben aus Mais, also das entwickelt sich ja auch weiter. Weil es ist ja der Zahn der Zeit, dass wir Klimawandel, also der Klimawandel steht nicht vor der Tür, sondern er ist im Gange und Menschen sind ja auch nicht dumm und sie entwickeln das ja auch weiter. Also es ist schon, ich glaube, du bist schon in so vielen Aushalten gar nicht mehr mit Plastik unterwegs oder mit Plastik, 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 was scheiß Plastik ist, sondern wiederverwendbares Plastik. Und ich glaube, also auch, weil ich das jetzt mal so aufgreifen möchte, der ganze Mist, den wir alle zu Hause haben, wir sind alle irgendwie Teil des Problems. Alle. Mit jedem Scheiß, ob du dir ein verficktes Smartphone kaufst oder selbst deine Schuhe. Das Ding ist halt, von dem Ding, also wenn man in der Position ist, mit einem Finger auf irgendwen zu zeigen, sollte man immer nur hier, also wirklich nur nach hier zeigen und gucken, was man selber machen kann. So. Und ich denke, das wäre der sinnvollere Ansatz, als jetzt zum Beispiel bei dir, Darkside Vaping, also aus meinem Chat, ist halt einfach so, gut geschossen, halb gewusst so. Mit Halbwissen rumschießen ist eh scheiße. So. Und von daher ist halt, würden wir als Menschen irgendwann stehen bleiben. Aber das Gute ist ja, wir entwickeln uns ja immer weiter. Und das bedeutet auch, dass wir im Sinne des Klimawandels haben wir, weiß nicht jetzt, Hafermilch, wir werden aus Maisprodukten Filament haben, weiß der Geier, woraus irgendwann ein Filament ist. Aus Sand oder Laubblättern oder was weiß der Geier. Es wird kommen, es ist der Zahn der Zeit, weil der Mensch möchte die Technik nicht, der Chat möchte, der Chat, sag ich, der Mensch will die Technologie nicht loswerden, also such dann nach Alternativen, die besser sind. Und das ist ja auch das ganze Bestreben der Menschheit schon immer gewesen. Irgendwann hat sich mal jemand gesagt, ey fuck alter, Pferde sind einfach scheiße. Ich hab keinen Bock, wenn mein Pferd mitten in der Wüste einfach nichts zu saufen, kriegst du schon umkippt, ich baue mir mal ein Auto. Und dann hat irgendeiner gesagt, ey kacke, ich will nicht mehr fünf Wochen mit einem Dampfboot von London nach New York fahren. Ich will fliegen in vier Stunden. So. Oder irgendwann hat sich irgendwer gesagt, ey scheiße, ich will kein Verbrennerauto mehr haben. Ich will jetzt ein Elektroauto fahren. Und so wird das immer weitergehen. Bei allen möglichen Themen ist halt der Mensch, der nicht umsonst, ich will nicht sagen, die intelligenteste Lebensform, aber er ist schon nicht so ganz dumm. Und davon kann man schon ein bisschen profitieren. Aber wenn man mit dem Finger auf den Menschen zeigt, dann profitiert man davon nicht. Weil dadurch verschließen die sich und denken sich so, fick dich, jetzt erst recht, deswegen sollte man das nicht tun, sondern einen offenen Dialog mit denen führen und mal hinterfragen, was da eigentlich Spaß ist. Okay, fertig. Während du gerade so erzählt hast und ich dir eine Zustimmung genickt habe, habe ich mir gerade überlegt, welche unaufdringlichen Spots kann ich links und rechts von mir aufstellen, damit ich mich blau und rot beleuchten kann? Du kannst dir doch, ich glaube, Philips hat auch so eine Lampen, so eine Spots, die man sehr nah hinstellen kann, die sind nicht so dunkel, nicht so hell. Vielleicht gibt es davon ja auch Alternativen, weil Philips Hue kostet ja schon ein bisschen Geld. Aber bei dir hier auf der einen Seite sieht man das schon ein bisschen. Es kommt schon. Ja, aber ein bisschen. Ein bisschen, ja. Zum Ausprobieren habe ich, ich hatte mal solche Leuchtstoffröhren-ähnliche LED-Dinger, die sich immer so aufgestellt hat. Da gibt es auch ein paar lustige Clips von mir, wie ich damit so rumspiele und so, bla bla bla. Die könnte ich mal zum Testen hier relativ nah an mich dran stellen. Ich meine, die würden mich sehr, sehr beengen, aber zum Testen würde das ausreichen. Ja. Naja. Ja, Nils, wir sind schon über die Zwei-Stunden-Grenze und wir haben heute mal wieder mal wieder mal wieder die Grenzen des Erzählbaren gesprengt, würde ich fast behaupten. Wir hatten schöne Themen heute. Ja, fand ich auch. Fand ich auch. Ich trage gerade schon wieder ein paar Ideen aus meinem Kopf mit mir rum, für mich. Ja, ich auch. und, ähm. Ich installiere mal Windows 11 jetzt. Ich wünsche dir viel Erfolg bei der Installation von Windows 11 begleicht bei dir. Ja, ich mache erstmal Windows-Updates und dann gucke ich mal. Ich drücke die Daumen. Ich traue mich nicht. Ich drücke in jedem Fall die Daumen. Ich traue mich nicht. Ich traue mich nicht. Was sagst du denn? Nichts. Ich wollte nur mal eben kurz gucken, ob die... Du bist voll im Modus, ne? Nein, nein. Ja, ja. Ich bin gerade hier. Ich habe diese Maus das letzte Mal, glaube ich, vor einer Woche aufgeladen und mich interessiert, wie lange der Akku auffällt und das Blöde ist, ich hätte mir merken sollen, wann ich sie aufgeladen habe. Jetzt muss ich das nämlich nochmal machen. Hä? Vor allem, du bewegst sie doch gar nicht. What the fuck? Das ist die am Stream-PC. Ach so, okay. Das ist die am Stream-PC. Und die ist eine Wireless-Maus und die hat hier oben halt auch so zwei... Ja, es ist egal. Es ist egal. Es ist egal. Wir wollen jetzt nicht... Jim gibt alles, Junge. Jim gibt alles jetzt. Alrighty, Alex. Nils, es war mir eine Freude. Ich überlasse dir jetzt einfach mal das letzte Wort beim letzten Mal habe ich nämlich die ganze Zeit am Ende gesquatscht. Vielen Dank, Chad, dass ihr zugeschaut habt, zugehört habt und natürlich auch hier so reichlich euch auch im Chat beteiligt habt. Ich hoffe, dass wir dieses Mal auch mal ein bisschen mehr Interaktion hatten, weil wir haben das jetzt endlich mal wieder so ein bisschen mehr aufgegriffen und das finde ich ganz schön und ganz angenehm und ganz gut. Das ist natürlich kein reiner Chat-Talk. Wir reden über alles, was im Chat steht, aber es funktioniert gerade etwas besser vom Gefühl her. Kleines Feedback von meiner Seite aus. Was funktioniert besser? Entschuldigung? Ja, dass man zwischendurch bei so Themen, wenn man darüber reden kann, halt auch den Chat ein bisschen mit einbezieht und mal so ein bisschen aus Feedback nimmt. Das haben wir nämlich früher gar nicht gemacht. Nee, ich weiß. Aber das... Wir entwickeln uns ja auch weiter. Wir sind ja nicht umsonst in Season 2 gelandet. Bestes Schlusswort. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Herr Nils hat das letzte Wort. Macht's gut. Dankeschön fürs Reinschauen und bis die Tage morgen oder auf den entsprechenden Podcast-Stationen. Jetzt du. Jetzt schließ ab. Ich hab doch das Schlusswort eben gerade schon reingeschmissen. Das war doch das Schlusswort. Wollte ich einfach rein. Mehr möchte gar nicht sagen. Tschüss. War schön. Tschüss, war schön. Haut rein. Tschüss.